So, was geht ab? Neue Folge. Wir drehen heute in Midinghofen. Heute ist Sugar da mit M.M. Grüß dich, mein Lieber. Schön erstmal an der Stelle vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Dass das Ding geklappt hat, dass wir drehen. Ich sage nochmal ein bisschen dazu, was wir heute vorhaben. Ich versuche mir immer irgendwie was Neues zu überlegen. Und zwar reden wir zuallererst ein bisschen über deine Laufbahn. Zwischendurch auch immer über das, was wir sehen, was du hier mit diesen Orten auch verbindest. Und dann machen wir einen Cut, reden über deine Musik. Und im letzten Drittel des Interviews reden wir dann einfach nochmal komplett frei über deine Person. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, reden wir über die Instagram-Fragen, die gestellt wurden und all sowas. Werden wir uns ein paar Orte angucken. Also wir gehen jetzt erstmal los. Sag doch erstmal ein bisschen dazu, wo wir gerade sind. Wir sind auf jeden Fall gerade hier in Bonn-Midinghofen. In meiner geliebten Hut. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Plätze, ein paar Orte, wo ich mich so rumgetrieben habe. Wo die ein oder andere Sache passiert ist, die mich geprägt hat. Und ja, wir sind hier, weil hier meine prägendste Zeit war, weißt du? Also du bist hier, bist du aufgewachsen? Ja, so groß geworden, kann man sagen. Hier habe ich halt meine ganze Teenager-Zeit verbracht, weißt du? So die prägendste Zeit. Erzähl erstmal nochmal ein bisschen, da will ich einhaken direkt über deine, ja, einfach bei Null. Wie fing es an? Wie seid ihr in Deutschland angekommen? Bist du in Deutschland geboren? Einfach für die Leute, die sich noch gar nicht auf dem Schirm haben, erzähl ein bisschen darüber. Also ich bin in Deutschland geboren, in Linz am Rhein. Meine Familie, meine Mutter ist 1992 geflüchtet, mit mir im Bauch. Und mein Vater kam erst ein paar Jahre später, also genau gesagt sechs Jahre später, wegen Einreiseschwierigkeiten. Wir sind über Russland nach Deutschland gekommen. Das war aus welchem Grund? Bürgerkriegszeiten waren da, glaube ich, ne? Ja, genau, Bürgerkriegszeiten und halt politische Sachen, weißt du, wegen Parteien und so Sachen. Und ja, zu dem Zeitpunkt war halt ekelhaft, weißt du, so da zu leben, da zu bleiben, konnte man einfach nicht, weißt du? Hat keine Perspektive geboren? Genau, genau, genau. Und dann habe ich noch gehört, du warst sogar ein relativ besonderes Kind, sag ich mal, in dem Sinne. Du warst das erste schwarze Baby, was dort in Linz irgendwie auf einer Station oder so war, ne? Ja, genau. Also wir waren zu der Zeit, ja, es gab nicht viele afrikanische Familien. Und da, wo wir gelebt haben, da, wo ich auch geboren bin, war ich das erste schwarze Baby gewesen. Deshalb immer schon Promi-Status. Und alle wollten mal gucken, ne? Genau, genau. Also alle wollten wissen, alle wollten gucken. Aber die Leute waren auch alle sehr herzlich, auch alle haben versucht zu helfen und so. Die wahrscheinlich auch eure Geschichte dann kannten, ne? Genau, genau. Also zu der Zeit war das halt, wie gesagt, 93, da war gerade so Bürgerkrieg Ende, aber die Leute wussten halt, dass viele Afrikaner rüberkommen wegen halt Krieg und alles. Und da, wo wir halt angekommen sind, auch in diesem Asylheim dann, da war halt auch klar, da waren Leute zu der Zeit aus Kosovo, aus Serbien, aus vielen Regionen. Du hast schon mal gesagt, dass es auch viel mit den Kreisen oder mit den Länderkreisen so zu tun hat, das in deiner Jugend, ne? Genau, genau. Und ja, da, wo wir waren dann, wo wir dann irgendwann eine Wohnung bekommen haben, auch vom Amt gestellt, da waren dann halt nur Deutsche, aber die haben uns übertrieben gut aufgenommen. Was heißt das? Das war auch in Linz dann, oder was? Genau, genau. In Linz. Die haben uns sehr gut aufgenommen, so. Die haben einfach unsere Geschichte so gehört und auch gefühlt und haben von vornherein immer schon versucht, uns zu unterstützen. Korrekt, korrekt. Du bist, in deiner Jugendzeit hast du gesagt, bist du dann hier hingekommen. Mit welchem Alter war das, dass du dann nach Medinghofen gekommen bist oder hier die Ecke Bonn? Ich glaube mit 12, 13 um den Dreh. Das war genau die Zeit, wo man so anfängt, sein eigenes Ich so zu entwickeln. Und ja, zu der Zeit bin ich dann hier hingekommen. Ich glaube, das war 2007 ungefähr. Wie würdest du sagen, war das dann hier für dich, war das so eher Kulturschock oder war das? Auf jeden Fall Kulturschock. Voll, voll. Weil hier war direkt Multikulti. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau, direkt Multikulti, viele Kulturen, viele einfach andere Mentalitäten. Und ja, von Tag 1 direkt halt ganz anders, weißt du, was ich meine? Also ich habe sogar erst mal versucht, mich einfach fernzuhalten, weil ich halt da schon viele Probleme hatte, auch mit Polizei und so Sachen. Und dann direkt so diesen Gedanken. Also die hast du sogar schon mit rübergenommen? Genau, genau. Sozusagen nach Bonn dann? Genau, genau. Also hast du kein unbeschriebenes Blatt mehr? Nee, also ich hatte da schon sehr viele Probleme, vor allem in Rheinland-Pfalz. Was meinst du? Anzeigen wegen vielen Kleinigkeiten auch. Schnell, ne? Ja, ja. Was meinst du, woran hat das gelegen? Also warst du schon von vornherein so ein Typ, der polarisierend war oder sich nicht viel sagen lassen hat? Oder wie kannst du dir das heutzutage erklären? Na, ich kann sagen, dass von vornherein, ich hatte ein Problem einfach damit, ja, mir was sagen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so Autoritätsprobleme zu 100 Prozent, weißt du? Sobald ich das Gefühl hatte, dass irgendjemand über mir stehen möchte, so, dann wollte ich ihn immer direkt auf den Boden holen. Die Gegenseite bringen. Genau, und so hat sich das dann immer so, weil irgendwann habe ich auch gemerkt, dass ich mich mit meiner Gewalt durchsetze. Und ja, dann immer wieder Schlägereien. Dann ist es natürlich einfacher Weg sozusagen. Genau, genau, der schnellste, einfachste Weg, aber halt mit den größten Nachfolgen, sagt man dann. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und dann, wo du hier gelandet bist, hast du gesagt, war auf jeden Fall Kulturschock. Genau. Also, mäßig, dass halt viele verschiedene Kulturen hier sind. Anfangs bist du natürlich mit, hast du gesagt, Kosovo, Albanern, sowas aufgewachsen. Dann hast du hier andere Nationalitäten. Und wie kam es dann? Wie hast du dich dann dem eingefügt? Wie war das für dich? War das erstmal schwer, sich irgendwie hier was zu erarbeiten, Standing oder hast du relativ schnell Anschluss gefunden, sage ich mal? Also, hier, ich hatte ja, wie gesagt, ich habe hier Familie auch. Und ich war sowieso schon in der Zeit in Linz dann schon mehr mit so Albanern gewesen und so. Und habe halt auch, sage ich mal, die islamische Kultur auch mehr kennengelernt. Und hier waren halt viele Leute, Muslime. Also, du bist mit welcher Religion? Ah, okay, wusste ich gar nicht. Genau. Und das heißt, ich kannte schon viele verschiedene kulturelle Sachen. Weißt du, was ich meine? Und deshalb kam ich auch direkt klar. Ich kam direkt klar mit jedem eigentlich. Also direkt collected. Genau, direkt connected. Eigentlich sehr einfach. Ich habe eigentlich von meiner Seite selber aus, wollte ich gar nicht mit den Leuten connecten, weißt du? Weil ich dachte, ich habe da schon Probleme gemacht. Jetzt komme ich hier. Nicht in diese Miese wieder reinkommen. Ja, direkt wieder Leute kennenlernen. Noch schlimmer, weißt du? Aber hier zum Beispiel ist ja die Spielekiste. Ich weiß nicht, ich kann die auch mal filmen. Genau, einmal den Schwenker rüber machen. Genau. Was verbindest du jetzt speziell mit diesem Ort? Hier an diesem Ort, ich werde dir auch mal von oben zeigen, weil man kann von oben halt reingehen und dann runter. Das war zu meiner Zeit, als ich auf Flucht war, als ich einen Haftefehl hatte. Okay. Dann haben wir uns hier hingestellt und die Türe aufgelassen, weißt du? Die Tür war offen. Wir haben uns aber hier hingestellt und haben halt Joints geraucht hier unten. Und wir haben die Tür bewusst aufgelassen, weil ich halt auf Flucht war und ich dachte, wenn Polizei gekommen, laufe ich einfach hoch, weißt du? Okay. Wie war der weitere Plan? Was wolltest du oben machen? Ja, ich werde von oben, da kommst du schon weg, weißt du? So, weil wenn die mit dem Auto hier sind, die Tür hinter denen zu, bis die erst mal da sind, bist du schon weg, weißt du? Also alle schon so breit gelegt haben. Aber halt, wir haben ja hier dann Joints geraucht gehabt und irgendwann voll verplant und es kamen immer wieder Leute runter und einer hat die Tür zugemacht, hinter sich. Ja. Und dann, ich stehe hier, wir rochen so joint, Bruder, auf einmal kommen von hier Bullen, Bruder. Hier hochgefahren? Ja, ja, die kommen hier hochgefahren und die haben mich direkt erkannt, weißt du? Und richtig so Kickdown, Bruder. Die waren auch wegen dir da, meinst du, oder was? Ja, genau, genau. Okay. Und ich bin dann hier lang gejumpt, weil ich halt gemerkt habe, okay, die Tür ist zu. Bin ich gesprintet und danach, die Bullen sind, kennst du Donnenfuß? Ja, ja, klar. Die sind neben mir so gefahren, haben die Türe. Die waren da, oder was? Ja, ja. Die Seitentür so, babam, Bruder. Nein. Ich schwöre ich. Hast du dich mitgenommen, oder was? Ja, ich war da vorne, Bruder. Nein. Ich bin hier gesprintet. Also nicht geil, aber jetzt im Nachhinein lustige Story, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und danach, die haben halt die Tür gegen mich bauern, Bruder, dann lag ich so auf dem Boden. Ja, ja, direkt mit Knie auf Dings Rücken und so. Ja, jetzt haben wir dich und so, weißt du? So richtig gefeiert, so Dings. Bruder, ich schwöre, ich kam mir vor wie irgendein Gangsterfilm. Kennst du diese Bild von Escobar, wo der da auf dem Dach liegt, wo die den erschossen haben? Ja, ja, ja. So als wäre das so eine Trophäe, die man mitgenommen hat. Ja, genau, Bruder. Das war genau dieser Film, weißt du? Krass. Und das Schlimmste war, hier waren ja noch Jungs von mir so, mit denen wir am Trinken waren. Und die schreien so, nein, und so, Bruder, voll so. Das war ein Leiden, ne? Ja, nein, und so. Was ging dann ab? Wusstest du, oder kannst du darüber reden, so aus welchen Gründen, oder wie lange du dann erst mal weg vom Fenster warst? Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall jetzt weg bin, weißt du? Also ich wusste, dass ich jetzt sitzen werde. Wie lange wusste ich nicht? Aber ich wusste, okay, Haftbefehl heißt, du kommst auf jeden Fall erst mal weg. Wenn es Urhaft ist, dann erst mal Urhaft. Aber, ähm, ja, am Ende des Tages war klar, ich bin weg, weißt du? Und die haben mir noch im Auto voll, die wollten mir voll den Film machen, weißt du? So nach dem Motto auspacken, oder was? Ja, so, pack lieber aus und so Filme, weißt du, was ich meine? Und da haben die so gesagt, ja, seid Chatar im Knast, das denkt ihr, könnt ihr alles machen und so Sachen. Bruder, die haben richtig gefilmt. Richtig auf Kacke gegangen, oder? Ja, richtig auf Kacke gegangen. Wie lange warst du dann weg? Äh, zwei Jahre, also ich hab zwei Jahre, elf Monate bekommen. Davon hab ich dann zwei Jahre gesessen. So, und bin dann vorzeitig entlassen worden wegen guter Führung und so. Und, ja, Mann, Bruder. Und das war jetzt nur nochmal, um aufs Alter einzugehen, in welchem Alter war das dann? Von 19. Also warst du von 19 bis 21 weg? Genau, genau. Okay, ich verstehe. Du hast eben schon mal eine Sache, wo auch viele, viele Instagram-Fragen zukamen, weil mich das auch selber persönlich berührt hat, wo du über deinen Vater gesprochen hast. Wo du gesagt hast, ich erklär's nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, in welchem Interview das war, ich glaub bei Germania oder so, da hast du gesagt, dass du deinen Vater lange Zeit lang nicht kanntest, also nicht wusstest, du wusstest einfach, mein Vater ist nicht da. Und hast dann irgendwie mit der Zeit, um auch wahrscheinlich so deinen Schmerz selber ein bisschen, oder auch um nicht mehr diese Fragen zu bekommen, hast dann gesagt, mein Vater ist tot. Und dann kam dein Vater in der Nacht oder so, hast du gesagt, und hat dich auf den Arm genommen, ohne dass du wusstest, wer es ist. Erzähl mal ein bisschen darüber, ob noch Kontakt besteht. Das waren viele Fragen, ob du heutzutage noch mit deinem Vater in Kontakt bist und was das im Nachhinein für dich bedeutet hat, dieses Erlebnis. Also grundsätzlich kann ich dir sagen, wenn du halt die ganze Zeit das Gefühl hast, du hast irgendwie einen Vater, aber du kennst ihn nicht. Und du siehst aber, die anderen Kids haben alle Väter, die auch da sind, weißt du? Ja, ja. So dann als Kind versucht man irgendwie eine Realität zu schaffen dazwischen, weißt du? Ja, klar. Du liegst dich ja selber ein Stück weit. Genau. Und einfach, dass die Leute mich nicht ganz sehr fragen, wo ist dein Vater? Und ich gar keine richtige Antwort habe, weil natürlich fängt man erst mal an mit, der ist im Urlaub, der ist arbeiten. Und irgendwann, du kennst ihn ja selber nicht, du denkst, du schützt irgendwie einen Geist, weißt du, was ich meine? Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, der ist tot, weißt du? Und das hat dir dann auch erst mal so ein bisschen Freiraum geschaffen, dass du schon diese Fragen hattest, ja? Genau, genau. Ich habe es ja selber irgendwie so realisiert, so, okay. Wenn niemand präsent ist, so, irgendwie ist er dann auch ein Stück weit tot, ne? Genau. Irgendwann habe ich selber gedacht, okay, ich habe gar keinen, weißt du? So, aber halt an dem besagten Abend dann, als er dann gekommen ist, ich habe ihn ja gar nicht gesehen, es war finster, weißt du, sehr dunkel. Und ich habe es einfach gespürt, weißt du, ich meine, so, als er mich so getragen hat, wusste ich, okay, krass. Aus welchem Grund kam der? Weißt du das? Er hat es einfach geschafft, so zu kommen, weil das Problem ist, er hatte Einreiseschwierigkeiten gehabt. Ach so. Ja, ja, sechs Jahre. Jetzt sehe ich diese ganze Story nochmal aus einem anderen Licht. Genau, weißt du? Meine Mutter ist ja quasi mit ihrer Schwester geflüchtet und mein Vater und ihr Mann mussten an den Grenzen bleiben. Okay, krass. Konnten nicht mit. Und erst dann nach dieser ganzen Zeit oder so konnte er auch kommen, weißt du? Krass. Und einfach als Kind, du verstehst das alles nicht. Auch wenn deine Mutter, meine Mutter hat ja auch irgendwann aufgegeben, diese Story irgendwie uns verständlich zu erklären, weißt du? Ja, ja, klar. Weil für uns, wir sind in Deutschland groß geworden, sowas hat gar nicht existiert. Krieg und solche Filme, weißt du? Ja. Ja, ja. Ja, und schon allein dessen so, anhand dessen war dann schon so eine, ich sag mal, ich hab mir dann natürlich voll die Vorstellung gehabt, wie ist es, wenn man einen Vater hat, wie ist es... Ausgemalt, Fußballspielen, keine Ahnung was. Genau, Fahrradfahren. Ja, ja, so mäßig. Was du halt von den anderen Kids gesehen hast, so. Die waren angeln, Fahrradfahren, Fußballspielen. Und bei meinem Dad war so von Tag 1, er musste erst mal Arbeit finden, Arbeitserlaubnis, erst mal Deutschkurs, genau. Also das kenne ich auch sehr gut, ja. Weißt du, so Deutschkurse und diese ganzen Sachen. Das heißt, bis du erst mal mit deinem Vater auf diesen Stand bist, dass er sich so hier irgendwie integriert hat, dass er selber sich so wohlfühlt, dass er mit dir irgendwie was unternimmt, vergehen Zeiten, weißt du? Und dann ist eigentlich auch schon wieder so diese Normalität drin in eurem Verhältnis, dass das gar nicht mehr so krass kommt, ne? Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Genau, vor allem, dass man das auch gar nicht mehr will, so, weißt du? Man hat schon so auf, also das so weggegeben, diese Sehnsucht nach dem, ähm, väterlichen, so, ne? Väterlichen, ja, so. Ich kannte das gar nicht und hab's bis dahin vermisst, aber dann, wo es auch nicht, wo es da sein könnte und es nicht kam, wollte ich es auch gar nicht mehr. Weil du es dir halt auch größer ausgemalt hast, als es dann wirklich war. Wie ist das heute, weil ich dich eben gefragt hatte, wie, was habt ihr heute für ein Verhältnis? Heute ganz normal, weißt du, so respektvolles Verhältnis. Aber natürlich, mir ist klar so, da ist viel Zeit verloren gegangen und auch, äh, viele Sachen einfach schief, was heißt falsch gelaufen, aber nach meinen Vorstellungen, weißt du? So diese Strenge und so, was voll unnötig manchmal war, weißt du, was ich meine? Ich meine schon so richtig diese, bei, was ich höre von meinen Kollegen, Afrikaner entweder komplett locker, die Eltern, oder komplett diese Strenge, so zu streng. Bei dir war dann eher so dieses zu streng, oder? Ja, das ist zu streng, weißt du? Du kommst mit dreckiger Hose nach Spielen, kriegst direkt Ärger, weißt du? Ja, ich weiß, was meinst du? So ein Ärger ist halt nicht so Hausarrest oder sowas, das ist schon richtig diese Ärger, weißt du, was ich meine? Ja, so halt, und, äh, so bin ich dann aufgewachsen und dann fängst du halt an, immer Sachen zu verheimlichen vor deinen Eltern, weil du halt... Was auch nicht gut ist, aber wo du dir dann denkst, so, damit kann ich dem aus dem Weg gehen, ne? Weißt du, bevor ich so zu Hause wieder Ärger kriege, lasse ich einfach diese Story so. Und, ähm, genau, so, dann war halt immer für meine Mutter dieses, weil die hat uns immer verstanden, weißt du? Aber sie konnte natürlich auch nicht so meinem Dad diesen... Kontra so bringen. Ja, so, einfach nur allein dessen, weil... Mein Vater ist später gekommen, ist ein Fakt, weißt du, was ich meine? Ja. So, und, äh, sie wollte ihn auch nicht jetzt so wie, ja, du weißt von nix, du kennst die Kinder nicht und so, dieses Gefühl geben, weißt du, was ich meine? Was du meinst, ja. So, sondern einfach, okay, der ist jetzt da, ihr habt jetzt einen Papa, so, und so, kommt auch damit zurecht. Weißt du, ich meine? Versteh, was du meinst. Ja, aber unser... Ist für alle Seiten, glaube ich, eine schwierige Situation gewesen, ne? Genau, genau. Aber, äh, unser Verhältnis ist eigentlich gut. Unser Verhältnis ist gut, mittlerweile, weil ich mittlerweile halt das alles reflektiere, weißt du? Ja, ja. Das alles verstehe, mit was für Schwierigkeiten er erstens hingekommen ist und dann hier klarkommen musste, weißt du? Das sind alle Sachen so, die sind nicht selbstverständlich und, ähm, wir können auch gleich da die Treppen hochgehen, ja? Gerne, machen wir. Ja. Auf jeden Fall, die sind nicht selbstverständlich und auch sehr schwer, also, ich meine, wenn du jetzt später kommst, du siehst halt, zum Beispiel deine Frau, die hat jetzt hier voll viele Freunde schon und dies und das. Ja, ja. Und du bist jetzt so der Neue im System, weißt du? Und das System ist ja nicht einfach nur das, äh, neue Leute, sondern grundsätzlich das Ganze, diese ganze... Oder eine komplett andere Welt. Ja, andere Welt, weißt du? Und deshalb, dass er da irgendwie so zurechtgekommen ist, dass er auch seinen Deutschkurs und alles gemacht hat, so... Auf jeden Fall Big Up, ne? Ja, ja, hab ich auf jeden Fall Respekt vor. Weil viele, viele sind ja gerade an dem Punkt, weißt du, du hast gute Vorsätze, willst irgendwie dich gut integrieren und dann merkst du auf einmal so, dass du in dieser Welt vielleicht gar nicht gemacht bist, gar nicht ankommst oder dass das alles zu viel auf einmal ist, dann geben sich schon viele wieder weg, ne? Genau, genau, 100 Prozent. Oder wieder auf. 100 Prozent, ja. Das ist erst mal so zum Privaten. Dann kommt natürlich der, äh, der nächste Schnitt, sag ich mal. Dann fing es eigentlich schon relativ früh an, dass du mit Musik angefangen hast. Genau. 2015, das ist so das erste offizielle Ding, das war O-Fying Mixtape. Da hab ich dich auch direkt, äh, auf dem Schirm gehabt, hab ich sogar jetzt noch auf meinen alten Handys, äh, drauf, die Lieder. Wie kam es dazu? Wie kamst du dir überhaupt dazu, dass du, äh, zur Musik gegangen bist, dass du diese Entscheidung dann getroffen hast, äh, ein Mixtape rauszuhauen? Erzähl mal ein bisschen darüber. Also, ein Mixtape zu machen, ehrlich gesagt, mein Bruder hat mich dazu gezwungen, irgendwo, weißt du? Weil wir hatten hier in Bonn so ein paar Reibereien mit anderen Leuten. Okay. Also ich will gar keinen Namen nennen, aber, äh, es war auch auf musikalischer Ebene. Sollen wir da hoch oder hier? Wie du willst, Bruder. Ja, komm, wir gehen nachher. Hier? Auf jeden Fall, äh, und die Sache hat sich dann aus der Musik dann auf die Straße verlagert. Und ich hatte halt die ganze Zeit Probleme so. Was heißt Probleme? Aber ich hab mich die ganze Zeit gefetzt, weißt du? Okay. Also so sehr wilde Zeiten, sag ich mal. War nicht mal sehr wild, aber musste einfach nicht sein, weißt du? Okay. Mein Bruder hat dann gesagt, schau mal, klärt das musikalisch. Weißt du, was ich meine? Macht beide ein Projekt. Und danach sehen wir, wer besser ist, was weiß ich. Und diese beiden Seiten, äh, die waren zu der Zeit, äh, also beide, sowohl du als auch der andere, dieser Kontrahent, von dem du jetzt gerade sprichst, beide an Musik interessiert? Oder war das dann so komplett aus dem Nichts, ja, mach mal Musik? Nein, nein, wir waren beide Musik schon am machen. Okay, ich verstehe. Wir waren beide Musik am machen. Und, äh, halt kindische Sache, Bruder. Sehr kindisch. Man hat einfach nicht gesehen, so dass man eigentlich zusammen stärker ist. Und ich hab ja später Musik angefangen zu machen, das heißt, für die andere Seite war das so wie, vielleicht, als wollte ich den Namen wegnehmen oder was weiß ich. Weißt du, so die Stadt an mich reißen. Keine Ahnung, Bruder. Alles sehr viel Politik. Aber was ich denke, grundsätzlich ist, äh, hat sich nicht gelohnt, weißt du? Weil am Ende des Tages hab ich ein Projekt gemacht dann, weil mein Bruder quasi sein Wort gegeben hat. Ja. Ja, klärt das mit Projekten, dies und das. Dann hab ich auch ein Projekt gemacht. So, und, äh, für mich war dann, okay, mal gucken. Aber es war ja so dein erster Step, dass die Leute wussten, ich denke jetzt mal so Jungs aus deinem Umfeld, die wussten, du machst Musik. Ja. Aber das halt wirklich, äh, bezirks, äh, übergreifend, dass ich das rumgesprochen hab, dass du Musik machst. Ich mein, bei mir ist es angekommen, ich weiß nicht, bei wie vielen tausend anderen, war auf einmal, ey, der Junge aus Medinghofen, der macht Musik. Ja, ja, genau. Weißt du, was ich mein? Genau, genau. So, das war ja dein erstes Ding. Genau. Ähm, auch nochmal für diejenigen, weil da waren auch einige Fragen. Wie kam es zu deiner Namensentstellung? Da hast du auch schon mal so zu erzählt. Erzähl nochmal ganz kurz und knapp. Sugar. Ja, Sugar kam in einer Zeit, das war schon 2006, also bevor ich Musik gemacht hatte. Das war einfach, ich war in einem Kreis irgendwann unterwegs in Köln, die hießen PBC Junior, Pona Biso Congo, also, äh, Dings. Das war auch so Black Attack Mafia, guck mal, der kommt auch mit Mikro. Hier, den kannst du auf jeden Fall mal mit reinnehmen, den Kandidaten. Du bist sicher, ne? Was? Du bist sicher. Geil. Natürlich. Dann nimmst du doch mal mit rein. Geile Sau, der nimmt das sogar rein. Komm, wir können sogar oben langlaufen. Geh mal weiter. Ja, ja. Durch die Kreise? Ja, durch die Kreise, da hatte irgendwie jeder einen Spitznamen gehabt und ich hab mich einfach Sugar genannt, weißt du? Weil jeder zu der Zeit hatte irgendwie so einen amerikanischen... So auf Sugar Daddy angelehnt, oder was? Ja, Sugar, das war einfach chillig, weißt du? Ja. Was geht, alles gut? Ja, coolig. Ja, was machen? Ja, da ist sogar eine Box mit drin, oder was? Ja. Ja. Auf jeden Fall Sugar, aka Sugar Daddy. Woher kam das MMFK? Kam durch? Das MMFK kam einfach dadurch, dass ich gesagt habe, ich bin unfickbar. Ja, was? Ja, Martin. Ja, Mann. Das ist geil. Geil. Ja, das kam einfach durch meine Einstellung, weißt du? Mit mir fickt keiner, Bruder. Weil ich war immer in Kreisen unterwegs, Bruder. Weißt du, was ich meine? Bruder, du hast ja eben schon angesprochen, dass du halt den Weg, hast du gesagt, den Weg entdeckt hast, dass man mit Gewalt auch einiges klären kann. Was jetzt nicht der richtige Weg ist, was du auch, glaube ich, mittlerweile eingesehen hast, aber war zu der Zeit so für dich, hast du, glaube ich, auch mal gesagt. Ja, zu der Zeit war das auf jeden Fall so ein Feeling von dieses, diese gemeinschaftliche, weißt du? Diese gemeinschaftliche, es war fast immer gemeinschaftliche Körperverletzung. Ich hatte eigentlich wenig Probleme wegen so, also wegen meinen eigenen Sachen, sondern oft wegen meinem Kreis. Weißt du, was ich meine? Weil man mit dabei war. Ja, mit dabei oder der eine hat Probleme mit denen, dann gehst du einfach mit drauf, haust die Leute weg und so. Und genau, irgendwann kam diese Einstellung MMFK, weißt du? Mit mir fickt keiner. Kam dir das so in den Kopf? Ja, weil, du musst dir vorstellen, da war die Zeit von Blady Musik, von Farid Bang und so. Und die ganzen Marrocks haben sich Blady Team genannt. Und dann wolltest du auch irgendwas? Ja, die hatten Blady Team, dann noch so zwei andere Freunde von mir, die haben sich Model Team genannt. Einfach Model Team, so mäßig die Weiberaufreißer und so. Ich habe einfach gesagt, MMFK, oder? Also es kam durch deine, dein Gedanke war das? Genau, genau, hundertprozentig. Ja, so kam einfach MMFK mit mir fickt keiner. Und das hatte halt eine viel tiefsinnigere Bedeutung gehabt, weißt du? Das hat halt von vornherein schon die Bedeutung gehabt, sodass einfach, es liegt an mir, weißt du, was ich meine, ob ich gefickt werde, weil... Oder man hat auch... Eine Lebenseinstellung. Genau. Weißt du, man hat auch schon Schlägereien gehabt, die man eigentlich laut Straße vielleicht verloren hat. Aber man war immer Manns genug, trotzdem aufzustehen, sogar Hand zu reichen oder so, weißt du? Ja, ja, ja. Das heißt, ich bin nicht gefickt, weißt du, was ich meine? Gefickt sind die... Wenigstens hast du dein Gesicht bewahrt und hast dich dem gegenüber gestellt, so, ne? Genau, gefickt sind die in meinen Augen, die dann fallen und dann Depressionen schieben zu Hause. Oder erst gar nichts machen. Genau, solche Sachen, weißt du? Deswegen auch das Ding, dein Tattoo, was du dir gemacht hast, mach oder mach nicht, sehr geil. Habe ich sehr gefeiert, ja? Ich habe das jetzt nicht irgendwie... Ich habe es auf dem Cover, glaube ich, gesehen, oder so hattest du das, ne? Ja, ja, ja. Was bedeutet das Ding für dich? Mach oder mach nicht? Das bedeutet, Bruder, das ist einfach... Das hat mich so weit gebracht, Bruder. Ich sage dir ehrlich, weil... Bruder, egal was du machst, du musst immer Kompromisse eingehen. Weißt du, was ich meine? Du musst immer Entscheidungen treffen, Bruder. Und vor allem, umso älter du wirst, weißt du, werden die... Die Entscheidungen immer wichtiger. Und vor allem darfst du auch nicht aufhören, ne? Genau, genau. Und es gab halt diese Zeit, so... Du bist zwischen Entscheidungen, weißt du? Ich hatte Momente, zum Beispiel, wo es um Musik ging, wo ich dann meinen ganzen Kreis... Guck mal, du siehst, ich komme jetzt alleine. Das heißt nicht, dass ich alleine bin, aber ich habe viele Leute einfach gelassen, weißt du? Weil ich hatte oft die Möglichkeit, weiterzukommen, Bruder. Auch vertragstechnisch Deals bekommen und so Angebote. Und ich habe dann mit meinen Leuten drüber gesprochen und für die war immer, was ist mit uns? Weißt du, ich meine, was ist da mit uns, wenn du jetzt da bist? Was ist da mit uns? So, diese Lass dich nicht zu hochziehen. Ja, so, weißt du. Weißt du, wie ich meine? Und oft habe ich dann einfach immer an die Leute gedacht. So, boah, was denken die, wenn ich jetzt mit denen, ich will die auch nicht verlieren. Aber irgendwann war einfach, mach oder mach nicht, weißt du? Irgendwann kommst du ja auch an den Punkt, an dem du dann, wenn du, ich denke mal, alt genug bist, so checkst. Wenn das wirklich meine Brüder wären, würden die mir jedes Glück der Welt wünschen. Jedes Ziel, was ich erreichen will, so weißt du, was ich meine? Da muss man auch dann irgendwann anfangen zu separieren. Nicht, weil du diesen Weg gehst, heißt nicht, dass der Weg für alle ist, Bruder. Da stehst du, was ich meine? Da hast du auch was Weises, ja. Und deshalb, ich habe oft so einfach versucht, die Leute auch mitzuziehen. Manchmal, Bruder, ich habe Leute angerufen. Ich meinte, komm, Soundcheck machen, dass du mit auf die Show kannst und so. Und die Leute kamen nicht, weißt du? Die haben es gar nicht ernst gemacht. Das, was wir eben hinter der Kamera besprochen haben, so dieses, da fehlt bei den Leuten die Motivation dann, ne? Ja, und trotzdem versuchst du immer gerecht zu sein, weißt du? Und dich zu rechtfertigen, den Leuten irgendwie gerecht zu machen. Aber sobald du deinen Weg gehst, Bruder, dann gibt es diese gerecht machen nicht mehr, weißt du? Weil es geht um dein Leben. Jeder hat seinen eigenen Weg, weißt du? Und wenn jetzt, ich sage mal, es gab auch viele Leute, wo ich denke, im Nachhinein werden sich wahrscheinlich unsere Wege nochmal treffen. Ich freue mich auch, weißt du? Ja. Aber ich habe einfach für mich selber gesagt, entweder mache ich oder ich mache nicht, weißt du? Ja, finde ich, das ist eine korrekte Einstellung, auf jeden Fall. Deswegen fahre ich das Ding auch so, ja? Genau, guck mal, hier haben wir auch hier, Lolito haben wir hier auch gedreht. Wollte ich gerade sagen, ja, da haben auch viele, kann ich direkt schon mal zwischenstellen, an der, an der Stelle eine kleine Zwischenfrage. Viele haben gesagt, Lolito 2, kommt das irgendwann nochmal raus? Ist da irgendwas geplant? Kommt? Geil, korrekt. Ich glaube, ich freue mich, einige das jetzt zu hören, ja? Ähm, erzähl weiter ein bisschen über den Ort hier. Erstmal das, bevor wir weiter auf deine Diskografie eingehen. Was verbindest du noch so mit diesem Ort? Was bedeutet das für dich jetzt, hier zu sein? Bruder, ich sage dir ehrlich, hier an diesem Ort haben wir das erste Mal für mich, das erste Mal wirklich Räuber und Gendarmen mit Bullen gespielt, Bruder. Du weißt so, und es wurde irgendwann zum Kult. Wir haben sogar selber Polizei angerufen an hier Telefonzelle. Wir haben dann so, kennst du diese Gulli-Decke, die so, aber die so eine Linie haben? Ja, ja, die du rausnehmen kannst einfach, meinst du? Genau, genau. Wir haben dann so im Boden so, wie sagt man, so Barrieren gemacht, dass die Bullen halt nicht reinkommen können. Geil. Weißt du? Dann kamen die bis da vorne, bis zur Barriere haben wir hier Feuerlöscher auf die... Richtig auf Frankreich hier angelehnt, oder? Richtig auf Film, Bruder. Wir haben hier Mülltonnen, wir haben Molotows geschmissen. Das war unsere Zeit wirklich so. Ich war auch immer mit vorne dabei, weißt du? Ja, also warst du so. Ich war wirklich, ja, ja, immer so, auch mit einem Eifer, Bruder. Was meinst du, woher kam denn das? Also es ist gerade, weil wir oft über auch Probleme mit der Polizei, im nächsten Schritt natürlich mit dem System, mit dem Staat. Was meinst du, woher kam bei dir dann auch im Umkehrschluss wieder dieses, ich möchte jetzt den Staat provozieren, ich möchte die Polizei provozieren? War das dann so ein Hilferuf? War das ein Ausdruck von Hass einfach gegen die? Weil man frustriert war? Was war das jetzt im Nachhinein? Es war auf jeden Fall so, einfach, um die Polizei zu provozieren, weißt du? So einfach, so auf die zu scheißen. Warum? Weil ihr euch hier benachteiligt gefühlt habt oder vergessen gefühlt habt vielleicht? Zum anderen so, wie sagt man, bevormundet, weißt du? Die kamen sehr oft mit Vorurteilen so auf uns zu. Bruder, wir standen mal, da vorne ist so eine Mauer, da steht jetzt in Medienhofen, so mit Graffiti. Da standen ungefähr so zwölf Leute, 13 Leute im Kopf so an der Wand, weißt du? Einfach so, obwohl es keinen großen Grund dafür gab, ne? Am helllichen Tag. Und hier ist halt dieser so Einkaufszentrum. Das ist ein Einkaufszentrum. Also was heißt Einkaufszentrum? Hier türkischer Laden, genau. Du meinst hier links rein? Ja, der Gemüseladen, genau. Der Gemüseladen. Das heißt, da gehen Eltern, Mütter immer vorbei einkaufen. Und wir standen da und die haben uns alle angeschaut. Das ist gerade das Ding, was ich dann auch wiederum verstehen kann. Klar, man sollte nix da irgendwie begründen. Aber wenn du halt wirklich, das kennst du ja auch noch bestimmt von Schulzeiten oder was weiß ich was. Wenn du, wenn Leute dich so sehen wollen, als Asi. Kriminellen, weißt du? Ich meine, irgendwann, wenn du den so oft zeigen willst, dass du es nicht bist, aber der Nächste kommt, irgendwann sagst du dir ja komm, zeige ich denen einfach mal, was die von mir denken. Also ich muss sagen, wir waren jetzt auch nicht so die liebsten Jungs so. Guck mal da, der Herr Müller, Ex-Polizist. Der Herr Müller. Herr Müller, wie geht's? Alles gut? Morgen. Selber? Ja, alles gut. Alles gut, ja. Ist das okay, wenn Sie auf den Aufnahmen mit drauf sind? Ja? Wir drehen gerade ein Interview. Der ist Hut-Prominenz, Bruder. Der ist wirklich hier. Der ist Bürgermeister von der Hut. Sind Sie auch noch selber hier am Wohnen, oder was? Ja, ja, klar. Ach, schön. Wir haben ein schönes Haus. Also ein guter Kamerad von mir. Ja, der war's schon. Erfolgreicher, erfolgreicher Rapper. Ja, ja. Nur vom Pfarrer. Ihr beide Verstehen und Sie werden... Ja, ja. Der Mann, der hat sehr viel für die Jungs getan. Also meinst du, ist er ein Korrekter? Sehr korrekt, sehr korrekt. Also er ist sehr korrekt, Bruder. Weißt du, das sind zum Beispiel die Leute, wir haben die immer respektiert, weißt du? Aber warum? Weil die haben unsere Lage gesehen, die haben gesehen so, wir sind nur am rumhängen, wir haben hier nicht viel zu machen. Jugendzentrum, da Brunnen chillen, weißt du, vielleicht mal Bolzplatz, aber mehr nicht. Und er hat zum Beispiel für jetzt muslimische Kinder, die halt Weihnachten dann zum Großteil zu Hause verbracht haben, die hat er alle eingeladen und hat gesagt, komm, wir gehen Döner essen. Weißt du? Korrekter Mann, du hast aber auch irgendwie direkt Ausstrahlung, sowas Positives, hast du gemerkt. Ja, der ist sehr positiv, Mann. Der ist ein super Mann. Jetzt hatten wir, wie gesagt, schon deine Diskographie angeschnitten. Ich finde es sehr geil, dass wir ab und zu mal ein paar Storys auch so hören, weißt du, an den Orten, wo wir gerade sind. Ohrfeigen Mixtape haben wir sozusagen abgearbeitet. Dann folgte, lass mich nicht lügen, von illegal zu digital. Genau. Das folgte? Ja. So, und dann kam ja schon 2018, glaube ich, Alohalo, ne? Oder zwei... Doch, 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 zwei. Müsste gewesen sein, ne? 2017, glaube ich. Oder 2018. 2017, irgendwie so um den Dreh. Ja, ja, ja. Zu der Zeit, das wusste ich selber gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen oder vergessen, ich weiß nicht, war es ja auch ungefähr in derselben Zeit Support Act für Bubar. Genau. Der war in Deutschland irgendwie auf Tour oder so, ne? Wie kam es dazu? Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert. Support Act für Bubar, das kam daher, dass wir, dass wir Dings, ich war halt mit einem Veranstalter, der hat mein Management gemacht, zu der Zeit, und der hat dann Bubar gebucht. Krass. Der hat Bubar gebucht und mich halt als Volk gerufen. Ich habe damals, ich habe damals halt Dings noch da reingeholt, hier, wie weißt du, Mochten. Ich habe den davon erzählt, die ist das, ey, Bubar ist da. Der war auch mit dabei, oder was? Ja, der ist dann auch gekommen an den Tag, weil die hatten auch Kontakt, Bubar und er. Ach krass. Also nicht direkt, sondern sein Management hat für Bubar ein paar Sachen gemacht und daher habe ich dann direkt ein Motel angesprochen. Meinte ich, ey, Bubar ist hier, dies, das, organisier mal. Dann hat er mit seinem Management auch geklärt, dass er auch da ist, dies und das. So, ich war ja auch mit The Game auch zur selben Zeit, weißt du? Jetzt erinnere ich mich sogar ein bisschen, ja. Bruder, für mich, das war heftig, Alter. The Game war der erste, den ich nach Foto gefragt habe und der hat mir so einen Korb gegeben, Bruder. Nein. Ich habe nie wieder einen nach Foto gefragt, ich schwöre. Wieso hat er gesagt? Nee, keine Zeit, oder? Ich kam mir vor wie so ein ganz kleiner Junge, Bruder, ich schwöre. Ich kam irgendwie mit meinem kaputten Englisch, Bruder. Was habe ich denn mit dem gesagt? Nein, ich weiß, was du meinst. Can I take a picture with you und so. Was wir eigentlich nicht... Gibt der Wicke oder was? Ey, der hat nur Scheiße gemacht, Bruder. Krass. Hätt ich nicht gedacht, ja. Mit Bessian, also ein Freund von mir, der halt unsere Videos macht. Ey, das war so unangenehm. Hat der überhaupt mitbekommen, dass du danach auf der Bühne warst, dass du ein Vorekt warst oder so? Keine Ahnung, Bruder. Also danach gab es da nichts mehr, ist so abgeschrieben. Das war für mich der schlimmste Auftritt. Alles schlimm einfach, weil das ist ja eine ganz andere Zuhörerschaft zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja, klar. Das war richtig so West Coast und so, weißt du? Ja, Bubar hatte auch noch anderen Songs zu getroffen. Genau, genau. Genau. Hände hoch, Waffe raus, alles auf. M-M-F-K, bringt dich krass'n Song. Bisschen kalt in der Rutt, alles kaputt. Nachbarschaftstrick gegen Hase und Schluck. Herzlich willkommen in mein Milieu. Kennen wir den Wert in der Dürre. Menschen leben 50 Millen. Wir kommen und jagen dich, bis wir dich gillen. Bei Bubar hat es sogar besser funktioniert, weil da waren viel jüngere Leute, so auch mehr Mädels. Weißt du, Bubar-Fans, kannst du dir vorstellen, so? Aber dieses The-Game-Ding war noch mal anders. Ja, da waren halt so Gangster, da waren halt so Jungs, die immer noch Baggies tragen, in Deutschland leben. Ja, ich weiß, was meinst du? So mit Long-Tees und Baggies und so. Aber krass, ja, also das hat mich sehr interessiert, wie du da überhaupt dran gekommen bist. Ist eine krasse Sache bei Bubar, weißt du, was ich mein? Alles gut. So, hallo, hallo. Hast du dann auch gleichzeitig deinen Vertrag unterschrieben oder so in der Zeit bei Bantonation? Ja. Da ist jetzt die Frage zuallererst, wie kam es zu dem ganzen Ding? Da sind noch nicht so viele Informationen darüber bekannt. Erzähl mal ein bisschen zum Hintergrund. Also mir war von vornherein klar, so, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann mit meinen Jungs, weißt du. Und halt, weil vor meinem engen Kreis, viele gar kein, so, die haben einfach kein Gas gegeben, weißt du. Und deshalb habe ich kennengelernt, ich glaube 2015, 16, so um den Dreh. Das war so durch Straßensachen, weißt du, aber wo diese Straßensachen dann beiseite waren, dann haben wir öfter schon über Musik gesprochen, weil er selber auch Musik gemacht hatte, vor langer Zeit. Und ja, dann irgendwann hat er so die Idee geäußert, so, meinte halt, ey, ich hab Bock, was zu machen, so, mit G-Mail und mit dir vielleicht auch und mit Nu. So, wie wär's, weißt du? Und für mich war von vornherein, ey, wir sind jetzt. Also war das so dieser gemeinsame Traum, sag ich mal, von hungrigen Leuten, die wegkommen wollten von der Straße. Genau, genau. Und halt einfach sich gesucht haben, um das Ding gemeinsam hochzupuschen. Genau, also wir haben, wir waren ja schon irgendwie die ganze Zeit zusammen, so in einem Umfeld, weißt du. Aber dann halt war so dieses, ey, wir können eigentlich statt Straßensachen Musik zusammen machen, weißt du. Und, ähm, ja, es hat sich dann so ergeben, weißt du. Der Dess hat dann, äh, sich, sag ich mal, sehr dafür eingesetzt, dass man einen Deal reinholt, dass alles so wirklich professionell läuft. Und ja, Mann, da war der Deal da, Bruder, lag vom Tisch. Ich hab nicht mal viel gelesen, Bruder, einfach, gib ihm, Bruder. Vertraut und, äh. Ja, Mann, Unterschrift, gib ihm, weißt du. Und dann kam halt auch Alohalo, war dann das erste Projekt, was dann rauskam. Ach so, stimmt. Also das, da war jetzt mein Fehler, das kam ja auch schon über Bantonation raus. Ja, ja, genau, das kam über Bantonation. Nur verlorene Stadt. Ach, äh, Trikot von Paris, genau. Trikot von Paris, das kam, äh, schon davor raus. Weißt du? Okay. Trikot von Paris kam schon davor raus, genau. Kennst du diese kleinen hier, diese Kaugummi-Automaten? Geil. Ich schwöre, die gibt's auch nicht mehr so oft, ne? Es geht, ja, die wurden alle abgehangen in den letzten Jahren, das stimmt. Das stimmt, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da nie drangegangen. Bist du als Kind da drangegangen? Ja, auf jeden Fall. Nein, ich nicht. Irgendwie jeder, mit dem ich rede, ich bin da nie dran. Ich fand das voll ekelhaft. Diese Wurstfinger da dran. Mit Stöcken und so haben wir die Sachen, Kaugummi-Automaten. So rausgedürbelt, ne? Ja, ja, nee, das war nicht so mein Ding. Ich bin immer zu den Zigaretten-Automaten gegangen und hab geguckt, ob da noch Geld drin ist, weißt du? So den oder noch eine Peji drin ist. Aber war mal was drin noch? Karte hab ich einmal gefunden, das war sogar mit der Grundschule. Meine Lehrerin ruft so, Vito, Vito, nicht da drangehen, weißt du so, das war ja nix für kleine Kinder. Und dann meinte ich, hier, ich hab ne Karte gefunden. Und die hat dann direkt gesagt, das bringen wir jetzt zur Sparkasse. Start, start, start. Das war so mein Ding. Auf jeden Fall Bantonation, dein erstes Label-Release. Wofür steht Bantonation? Bantonation, Bruder, das steht, Bantu ist quasi unsere Herkunft. Weißt du, was ich meine, wir sind Bantus. Bantu steht aber für Mensch, weißt du? Mensch bedeutet einfach Bantu. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, das sei irgendwie eine Ecke in Afrika, oder ein Begriff in Afrika der mehrere Länder, Leute aus mehreren Ländern irgendwie so. Das Ding ist, die Entstehung von Bantu ist viel, viel weiter zurück, weißt du? Wenn du jemanden fragst, ob er Bantu ist, Bantu erkennst du eigentlich an der Sprache, an seiner Mutter-Mutter-Sprache, weißt du? Weil zum Beispiel in Angola spricht man Kekongo. Das ist eine Bantu-Sprache. Es gibt halt auch Swahili. Ja, ja. Ist auch eine Bantu-Sprache. Kimbondo, weißt du? Das sind alles Bantu-Sprachen. Wir waren alle halt früher zusammen und dann sind die Leute, also die Länder quasi, die Leute, die das gesprochen haben, haben sich dann in Afrika verbreitet. Es gibt auch heutzutage sogar Leute, die sprechen diese Bantu-Sprachen, die sind in Somalia, weißt du? Da sind auch Bantus, weißt du, was ich meine? Die Leute gehen rüber und so, ne? Genau. Genau, Bruder. Bantu, das hat halt einen viel größeren Ursprung, Bruder. Da ist noch Geschichten von Babylon und so, weißt du? Ja, so richtig historisch. Weil die Menschen auch alle eine Sprache gesprochen haben. Ja, ja. Damals wurden quasi die Menschen bestraft, weil die halt Babel, ne? Diesen Turm bauen wollten, um zu Gott zu kommen, weißt du? Und Gott hat die halt quasi bestraft, dass alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Okay. Einfach, dass sie sich nicht verständigen können, um diesen Turm weiterzubauen, weißt du? Okay, krass. Und da sind noch die Sprachen verankert. Das heißt, diese Menschen, die damals da gewesen sind, die haben diese Sprachen noch mitgetragen. Immer noch ein paar Wörter, wurden immer noch gesprochen, weißt du? Also, sagst du schon, das ganze Ding, das sie jetzt Bantu genannt hat, hat einen sehr historischen Hintergrund. Ja. Aber was bedeutet das dann nochmal für euch jetzt in der Moderne gesehen? Also für mich, für mich bedeutet Bantu, Bruder, Bantu Nation, ist ein Ort, Bruder, was wir geschaffen haben, für die schwarze Künstler, Bruder, weißt du? Das wollte ich jetzt nämlich fragen, ob, wenn man gerade über Labelsachen spricht, ist das dann wirklich das Ding, dass ihr euch abgrenzen wollt und sagen wollt, wir sind die Bantus. Wir nehmen jetzt zum Beispiel, ohne das jetzt im rassistischen Sinne zu meinen, muss man natürlich immer aufpassen, aber wir sind eher darauf fokussiert, dass wir nur Leute mit afrikanischer Herkunft nehmen oder so. Es geht weniger um Abgrenzung, mehr geht es um Zugehörigkeit, weißt du? Es geht mehr darum, uns einen Platz zu schaffen, weil wir die ganze Zeit auch in der Szene nicht so präsent waren, Afrikaner an sich, schwarzafrikaner. Und wir haben gesagt, okay, wir schaffen unser eigenes Ding, um halt stattzufinden, wir holen einen eigenen Deal rein, um halt unabhängig zu sein und schaffen ein Movement für die anderen Schwarzen auch, weißt du? Ja, korrekt. Aber wir sind ja nicht schwarze Jungs von der Straße, die nur mit schwarzen Leuten töten, weißt du? Das heißt, wir sind keine, wir diskriminieren niemanden oder grenzen auch nicht so auf diese Fitna-Basis gemacht, aber es kann ja sein, dass man sich versucht, ein Stück weit abzugrenzen und einfach damit so, weißt du, wie ich meine? Ja, 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 aber hast du schon sehr gut sympathisch gelöst, auf jeden Fall. Ja, ich meine so, weil das ist immer schnell politisch, weißt du? Genau, das ist halt das Ding. Weißt du, es macht sich keiner Gedanken, wenn ein Label nur aus weißen Künstlern besteht, aber sobald es halt nur aus weißen Künstlern besteht, dann ist es halt... Genau, also was heißt jetzt nochmal in drei Schlagwörtern zusammengefasst für dich Bantonation? Bruder, Bantonation heißt für mich in drei Wörtern, Bruder, Zusammenhalt, Kunst, Befreiung. Befreiung, da muss ich nochmal einschneiden, was bedeutet das für dich? Was meinst du damit? Weil wir uns einfach befreit haben aus dieser Nische, weißt du, die man uns quasi reinpacken wollte, sodass man sagt, Schwarze schaffen es nicht in Deutschland, Musik zu machen, weißt du? Ja, Mann. So, dass wir immer das Gefühl hatten, die müssen immer zehnmal, zwanzigmal mehr kämpfen, um irgendwie stattzufinden, weißt du? Somit haben wir uns einen eigenen Platz geschaffen, um uns zu befreien aus diesem ganzen Zeug, was einem gegeben hat. Dann, nach dem Bantu, beziehungsweise nach dem ersten Release bei Bantonation, nach Allo Allo, hast du dir zwei Jahre, was heißt Zeit gelassen, aber hast du dir zwei Jahre Zeit gelassen, bis das nächste Album kam? Genau, genau. Generation Beton? Ja. Was, ja, wie kam es dazu, dass du dir so viel Zeit gelassen hast, Sound verfeinern, was lag dahinter? Es hat, wie geht's? Hanan, alles gut? Alles super, Leute. Alles entspannt, Bruder, alles gut. Also es gab mehrere Gründe, Bruder. Es gab, zum Teil gab es einmal den Grund, dass ich gesagt hatte, so, ich muss jetzt erstmal mich komplett entscheiden, in welche Richtung ich mein erstes Album fand, weißt du? Weil, wenn du meine musikalische Karriere verfolgt hast, hast du gesehen, so, dass da viele Facetten drin sind. Also warst du gar nicht, sag ich mal, Allo Allo und von illegal zu digital, hast du dir als Album gar nicht angesehen, oder? Nein, nein. Das war dann eher für dich EP, Mixtape, in welchem, ja, okay, also das war wirklich für dich, Generation Beton, war das erste für dich das richtige Album, ja? Das erste Mal zeigen, so, wo du herkommst, was dein Sound ist, was dich geprägt hat, weißt du? Ja. Und daher auch dieser Titel, Generation Beton, weißt du, weil ich sehe mich aus einer Generation von der Straße, Bruder, und speziell aus diesem Beton, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Und daher war es sehr wichtig, so, okay, wie willst du den Film fahren, wie willst du die Struktur machen, weißt du? Wie sollen die Titel heißen, worum soll es gehen? Mhm. Und heutzutage, ich sag mal, wenige Künstler machen sich da diesen Film, diese rote Faden, eigentlich geht es nur noch um Singles machen. Ja, ja, das stimmt. Bei mir war halt noch, okay, ich wollte so ein strukturelles Album haben und habe ich dann auch gemacht. Da hast du dir erstmal die Zeit genommen und, ja, korrekt, korrekt, dass du es ansprichst, das war oft Thema bei uns, jetzt hier gerade bei Auf ein Tee und Auf ein Becher, weil ich halt gesagt habe, mir fehlt das, nur zum Beispiel einer, das Album übertrieben, krass. Geil, ne? Übertrieben, weil da merkst du das erstmal wieder, da ist ein Faden dazwischen, weißt du? Genau, genau. Das ist nicht dieses, ich mache sechs Singles hintereinander, Hauptsache ich kriege viele Streams dahinter, sondern da ist wirklich jemand meiner Meinung nach hinter gewesen, der ich gedacht habe, ich möchte ein gesamtes, ich möchte so eine Reise machen. Ja. Ein Album ist ja auch immer eine Reise, weißt du, was ich meine? So, und das war bei dir meiner Meinung nach auch der Fall mit dem Album, deswegen meiner Meinung nach sehr gelungen. Jetzt sind wir natürlich aktuellster Stand, dieses Jahr das Album rausgekommen, jetzt nochmal zum Ende hin, hast du deine EP veröffentlicht, Blond, mit, weiß ich nicht, einem großzügigen Titel, was bedeutet der Titel eigentlich? Blond, Blockleben ohne Drama. Mit dem N dann einfach mit reingenommen, das habe ich schon gesehen. Ja, ja, normal, oder einfach reingenommen. Aber, ja, ich habe mich halt für dieses, das Ganze sollte was ganz Neues sein, weißt du, was ganz anderes, ganz anderes Sound, einfach mal eine neue Reise, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, weil ich sehe meine Musik immer schon als Kunst und Kunst ist auch irgendwo immer was, wo man so hinflüchten kann, weißt du? Ja, auf jeden Fall. So, und für mich war einfach diese Blond EP auch eine Art Zuflucht zu finden, so in einem anderen Genre, andere Leute anzusprechen mit der Musik, vielleicht um eine größere Zielgruppe zu erreichen, weißt du? War das denn bei dir auch immer so ein Wunsch, jetzt auch in vorherigen Zeiten, dass du dir gesagt hast, ich meine, du hast natürlich schon damals musikalische Sachen reingebracht, dadurch bist du ja auch meiner Meinung nach so bekannt geworden, dass du den Sing-Sang mit reingebracht hast, dass du mit deiner Stimme gespielt hast, war das denn von Anfang an auch ein Thema für dich, dass du dir gesagt hast, so einen Sound will ich vielleicht irgendwann mal ausprobieren und kreieren, oder war das jetzt wirklich in den letzten Monaten, dass du darauf erst gekommen bist, so was zu machen? Na, ich hatte schon vorher dieses, immer wieder Sachen gesucht, weißt du? Zum Beispiel, ich hatte auch vor, vor, vorher schon vorgehabt, so mehr Afro-Trap zu machen, weißt du? Und dann war es immer so, okay, es ist zu früh und so, und dann haben es Leute wie Rav Camorra und Bones und so gemacht. Und danach... Krass, also würdest du sagen, dass du auch schon vorher den Peil hattest? Auf jeden Fall. Krass. Weil das Ding ist, die haben das ja auch... Weil viele sind natürlich aufgesprungen, so, weißt du? Ja, ja, aber du musst ja gucken, wo gucken die, wo sehen die das? Klar, klar, klar. Und ich sehe ja genau dasselbe, was die sehen, so, weil ich mich quasi auch von diesen Einflüssen auch, sag ich mal, inspirieren lasse. Und deshalb, wo es da anfing, in Frankreich und so, da war auch, okay, die Idee, boah, kann man eigentlich auch in Deutschland machen, weißt du? Aber da hast du dann selber so eingesehen, ich bin noch nicht ausgereift, oder das Ding ist bei mir noch nicht ausgereift genug. Genau, ich habe mich noch nicht so positioniert, kann man sagen. Also bist du auch so jemand, der wirklich, bevor er etwas raushaut, viel drüber nachdenkt, viel feilt und sowas, ja? Auf jeden Fall auch. Ja, krass. Und das halt mit diesem, äh, mit diesem Blond, mit der Blond EP, das war einfach, weil halt allgemein der, der, äh, das Tempo auch in Deutschland schneller geworden ist, weißt du? Die BPM-Zahl ist höher gegangen, weißt du? Und da war okay, wie kannst du auf diese neue BPM-Zahl, äh, einen neuen Sound auch bringen, weißt du? Und, ähm, ja, da kam einfach, okay, lass mal diese Richtung fahren, lass das mal probieren und auch erst mal drauf scheißen, so, ob wir Leute abschrecken oder gewinnen, sondern einfach erst mal machen, weißt du? Ja, also bist du da auch jemand, der, der weniger auf die, auf die anderen Leute hört, sondern einfach, wenn dein Feeling stimmt, wenn du weißt, du kannst dazustehen. Weißt du, ich hab so angefangen und mach auch so weiter, weißt du? Ja, geil. So, nur natürlich gibt's halt auch Leute, die natürlich mich auch hochgebracht haben, weißt du? So, auf die Leute kann ich ja jetzt nicht scheißen wollen, weißt du? So, das heißt, im Endeffekt, ich hab trotzdem auf dieser Seite auch ausgesorgt, damit auch diese Leute sich später nicht beschweren können. Ja, ja. Ähm, das heißt, mein nächstes Projekt wird wieder der, äh, gewohnte Sugar sein. Darüber wollte ich gleich mit dir reden, ja, Mann. Gut, dass du's ansprichst. Auf jeden Fall noch zu diesem ganzen Thema, was mich, äh, auch unter den Fanfragen sehr gestört hat, wo ich das erste Mal ein bisschen so die Sicht eines Künstlers mehr verstehen konnte. Es war viel Kritik auch, glaube ich, ist auch nicht an dir vorbeigegangen, gerade wegen diesem Blond-Ding. Genau. Dass die Leute dir vorgeworfen haben, wann kommt der alte Sugar wieder. Genau. Das hat mich persönlich auch ein bisschen gestört so, nicht bei dir, sondern diese Fragen haben mich gestört, weil ich mir dachte, ey, das ist ein Künstler, der hat vier Platten Street-Rap gemacht, lass doch eine Platte mal das machen. Genau, genau. Wenn der jetzt vier Alben wieder so rausbringt, blond-mäßig, dann kann man das sagen, aber lass ihn doch probieren, weißt du? Du bist ja auch noch jung, in dem Sinne so. Was hältst du von diesen Kritiken? Also, gehen die dir nahe? Ich glaube, das ist einfach, heutzutage hat man eine ganz andere Vorstellung, was ein Künstler ist, weißt du? So, wir Künstler sind ja nur noch Dienstleister, weißt du, ich meine, man sagt so, guck mal, die Leute wollen Videos auf YouTube umsonst schauen, die wollen am liebsten deine Musik auch umsonst kriegen, weißt du? Auf Spotify ist ja schon fast umsonst, weißt du, das heißt, die haben Ansprüche wie Könige, aber wollen bezahlen wie Bettler, weißt du, was ich meine? Da sagst du was, da sagst du auf jeden Fall was. Und deshalb, ich sehe es auch gar nicht ein, so meine Kunst so unterm Wert zu verkaufen. Ich mache, worauf ich Bock habe, aber du musst auch verstehen, so, wenn du erfolgreich sein willst und es eine gewisse Richtlinie gibt, sag ich mal, es gibt ein Rezept zum Erfolg, dann nimmst du entweder dieses Rezept, weißt du? Oder du gehst deinen eigenen Weg, aber kommst immer wieder mit diesem Rezept in Berührung, weißt du? So, und bei mir ist das genau so, dass ich die ganze Zeit meinen eigenen Weg gehe, aber mir wird die ganze Zeit gesagt, hier mach doch noch Rezept, weißt du, was ich meine? Und dann gehst du manchmal so in die Richtung und versuchst, deinen Weg beizuhalten. Genau, genau, und das ist halt dieser Konflikt, den du dann als Künstler hast in dieser Zeit, wo es dann nur noch um Streams geht, Spotify, um Singles, wo gar nicht mehr das gesamte Projekt, das gesamte Paket gesehen wird, wo du, du bringst jetzt am Donnerstag was raus, am Freitag fragen die, wann kommt was Neues. Ja, ja, das ist eine Sache, die ich sehr oft höre und was ich auch merke, guck mal, ich bin auch noch aus der Zeit, ich habe meine CDs zu Hause stehen und so, ich würde die auch niemals hergeben. Genau, genau. Und ich vermisse das, du weißt auch, dieses ganze Boxding kam hoch, Boxing ist auch schon wieder tot, aber ich vermisse das auch wirklich, dass es zum Beispiel physisch eine CD gibt oder so, hat heutzutage keiner mehr Anspruch, deswegen ist schon sehr, ja, sehr reflektiert, was du da gerade sagst. Das ist halt die Veränderung des Marktes, den man sich ein bisschen anpasst auch mehr. Vor allem, ich kam halt genau in dieser Zeit, wo beides gerade am Laufen war, mit verlorenen Stadt. Hast du eigentlich mal irgendwas rausgebracht auf CD dann auch? Freebuntonation, das war drauf. Ja, das war als CD. Ich hatte immer Bock drauf gehabt, aber jetzt mittlerweile, Bruder, auch die Autos zum Teil haben gar keinen CD-Player. Ja, das habe ich schon mal erzählt, krasse Sache, ich bin im Neuwagen bei meinem Vater eingestiegen, CD will ich reinschieben, auf einmal kein CD-Laufwerk. Kein CD, ja, ja. Und der Nächste kommt am nächsten Tag und sagt, ja, wo sind die neuen Sachen? Das ist schon hart. Auch so Alben, das meine ich ja gerade mit dem Ding von Nu, dass so eine Platte wie die, das bleibt dir aber auch hängen. Weil du als Hörer, also wenn du es noch wirklich von A bis Z durchhörst, du merkst es, okay, es ist ein krasses Album, das nimmt mich auf eine Reise mit oder so. Genau so ein Cashmode oder so was, weißt du? Das sind doch Leute, die da wirklich, meiner Meinung nach, jetzt aktuell. Das ist nice, ich weiß auch nicht, ob das zurückkommen wird, ich feiere das auch, aber halt, ich sag mal, wenn du jetzt mit dieser Neuzeit mitmischen willst, dann musst du auch Neuzeit... Ja, ich denke mir halt, irgendwann denke ich mir so, wo ist das Limit, wo ist die Grenze, weißt du? Am Ende sind wir nur noch dabei, dass jeder in der Woche einen Song rausbringt. Genau, genau. 24-7 nur noch irgendwas macht, naja. Auf jeden Fall, wir haben das ganze Thema angesprochen, du hast es angesprochen mit zukünftigen Sachen. Du hast schon ein bisschen angeteasert, sag ich mal, was für ein Sound auf uns zukommen wird. Wo gehen wir lang? Gehen wir noch ein paar Meter lang? Ja, wir können noch hier. Gehen wir gerne hier noch lang. Hast du selber schon mal angesprochen, was dein Soundbild für die Zukunft irgendwie sein wird? Hast gesagt, das soll ein bisschen straßenlastiger werden. Natürlich zuallererst, du hast auf Instagram ein bisschen angeteasert, ein bisschen Mythen spielen lassen, so ein neues Kapitel. Erzähl uns ein bisschen darüber, kannst du ein bisschen darüber erzählen? Oder ich würde ungern jetzt schon ein paar Sachen darüber verraten, so. Aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall düster, weißt du? Also straßenlastiger meinst du? Ja, es wird sehr, sehr straßenlastig. Und ja, es werden halt ein paar Sachen darin passieren, so in dem neuen Kapitel einfach, was die Leute zum Teil feiern, also sowieso feiern werden. Weil die lieben sowieso die Stimme, die lieben den Gesang, aber es wird noch selbstbewusster sein, weißt du, was ich meine? Noch mehr nach vorne. Genau, noch mehr nach vorne. Bruder, ich will gar nicht so viel verraten. Geil, ja, ich bin auch immer der Fan davon, bevor man zu viel verrät, lass die Leute lieber abwarten. Kannst du noch etwas, das ist natürlich meine journalistische Aufgabe, kannst du etwas dazu sagen, zum Zeitraum, wann das Ding ungefähr erscheinen wird? Nächstes Jahr, dieses Jahr, ich denke nächstes Jahr. Ich denke auch nächstes Jahr, aber wenn alles gut läuft, dann werden wir dieses Jahr noch Videos raushauen. Das Problem ist halt wegen Corona, so ist es gerade sehr schwer, Videos zu machen. Aber, ja, wenn die Möglichkeit da ist, werden wir auf jeden Fall noch dieses Jahr ein paar Sachen schießen. Ja, geil, geil. Feature-technisch, ist da schon irgendwas spruchgreif? Also, ich kann auf jeden Fall verraten, wir haben einen brutalen Song mit Contra K gemacht. Geil, ja, da haben mich auch viele Leute nachgefragt. Genau, genau. Mit Contra K habe ich was gemacht. Und Heiter sind schon Hochkaräter auf jeden Fall, weißt du. Ich habe auch zum Teil halt, die Songs, die sind ja schon vorher entstanden, manche, weißt du. So, dass ich halt eigentlich die Features schon da habe und jetzt nur noch ein paar Solo-Songs fertig machen muss. Ja, korrekt. Erstmal vielen Dank natürlich für die Infos, ne. Und ja, jetzt noch zu dem ganzen zukünftigen Dingen, da habe ich noch ein paar Fragen an dich. Was ist so dein Anspruch an dich selbst, gerade wenn du vom Sound redest? Hast du da so... Können wir gerne machen. Was ist so dein eigener Anspruch, wenn du ins Studio gehst oder wenn du über deine Musik nachdenkst? Wie denkst du darüber, was sagst du dir immer, damit du am Ball bleibst, damit das ganze Ding immer wieder ein Upgrade bekommt? Also meinst du jetzt halt meine eigene Motivation, meinst du? Genau, das meine ich. Also für mich ist immer, es muss immer krasser werden als das davor. Weißt du, was ich meine? Woran machst du das dann fest? Ich mache das daran fest an meiner Entwicklung so. Auch die Lines, die Sätze, was mich auch geprägt hat, weißt du. So halt, ich bin keiner, der so feiert, ganze Zeit über dasselbe zu rappen, so. Aber es gibt halt gewisse Elemente, die halt nun mal immer wieder in der Straße passieren. Und ja, die einfach gewisse verschiedene Blickwinkel brauchen, weißt du? Wo ich sage, okay, diese Perspektive haben die noch nicht gesehen, weißt du? Ich habe zum Beispiel einen Song gemacht, Melodien, kennst du vielleicht auch? Ja, ja, klar. Da rappe ich direkt darüber, so Blickwinkel straight aus dem Ghetto, weißt du? So, und da ist halt einfach mein Anspruch, so den Leuten immer besser zu visualisieren, so. Einfach nur mit meinen Songs, was in meinem Alltag so passiert, weißt du? Ja, geil, genau. Die letzte Frage ist, die mich selber beschäftigt hat, gerade wo ihr jetzt so eine Konstellation habt, meinst du, man kann zukunftstechnisch nochmal erwarten, ein Sampler, Labelsampler, oder vielleicht auch einen übergreifenden Sampler, dass man sagt, ihr nehmt euch fünf Künstler bei Band 2 Nation und zieht vielleicht noch andere mit rein, dass man wirklich, hast du Dings, Très Organisé, hast du das gesehen? In Frankreich mit, was Jules da gemacht hat, dieses Band Organisé, dieses Lied, und daraus haben die ein Album dann gemacht, so mit 13 verschiedenen Künstlern, was meiner Meinung nach alles gefickt hat, dieses Jahr. Das ist schon heftig. Ist da irgendwie mal sowas im Gespräch gewesen, geplant gewesen? Also ehrlich gesagt, bisher noch nicht, bisher noch nicht, aber so Sampler, weißt du, das kommt immer auf uns drauf an, weißt du, weil jetzt gerade, natürlich, so, mein Fokus liegt jetzt erstmal in meinem eigenen Projekt, mein eigenes Album, erstmal rauszubringen, und halt, wie gesagt, dank Corona, so müssen wir halt alle mehr Gas geben jetzt gerade, weißt du, weil Konzerte sind ausgefallen, viele Sachen einfach, auch viel hat auch mit Geld zu tun. Ist das bei euch wirklich Corona, dann auch bei Künstlern ein finanzielles Einbußen, was man da ausbalancieren muss? Auf jeden Fall. Also bei mir zumindest, weil ich halt auch Touren spiele und auch auf Festivals normalerweise jedes Jahr unterwegs bin. Dieses Jahr war, ich glaube, zwei Festivals, sonst nichts, weißt du? Ja, klar. Ich habe keine Ahnung, wie viel Minus ich gemacht habe dadurch, einfach, aber Cancel, oder das Geld, gibt dir keiner zurück? Nee, ich dachte, ich hatte da ein bisschen andere Thesen, ich dachte, dass das gerade vielleicht Künstlern gut tut, weil die Leute vielleicht zu Hause sind, mehr Musik hören, oder mehr sich mit Musik beschäftigen, mehr Videos gucken. Das, was viele nicht wissen, ist halt, dass Künstler an deren Musik selbst gar nicht so viel verdienen. Eher mit dem, was drumherum ist. Genau, eher mit den Deals, mit den Sponsorings und Festivals, Konzerten. Das sind halt diese Sachen, was man sich neben der Musik aufbauen kann, wenn man halt, ja, gutes Business macht. Weißt du, aber von der Musik selbst, Bruder, was stellst du dir vor? Die Leute, die streamen, fast kostenlos. Ja, es gibt immer so die Stimmen und die Stimmen, weißt du, wenn der zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer drüber geredet hat. Irgendein Künstler hatte drüber geredet, hat gesagt, ey, im Moment Streamingzahlen, Spotify ist das Beste, was uns passieren konnte. Hat mal einer. Ich glaube sogar einer der bekannteren Leute. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Also ich finde auch Spotify einfach, weil du viel besser stattfinden kannst, weißt du? Ja, das stimmt. Du hast alles übersichtlicher. Genau, übersichtlicher. Und auch diese Raubkopierer sind auch verschwunden, Bruder. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch früher viel Raubkopier gemacht, weißt du? Einfach, weil es solche Plattformen gar nicht gab. Oder halt, du musstest dann wirklich die CD kaufen und es hat das Geld gefehlt, weißt du? Aber heutzutage über Spotify, das ist ja der Vorteil, dass es sehr günstig ist. Aber der Nachteil ist halt, die Leute, die dann die Musik machen und vertreiben, es gibt ja einen Vertrieb, der dran verdient, ein Label, der dran verdient, Management, was dran verdient. Weißt du, bis das dann bei dir angekommen ist, hast du vielleicht 20 Prozent vom Ganzen, weißt du? Kannst du jetzt aktuell wirklich schon deiner Musik leben? Also, jetzt wegen Corona ist es schwer, Bruder. Weißt du? Jetzt ist gerade Struggle. Aber sonst, Bruder, schon. Ja, stark. Das war ja, glaube ich, immer das Ziel, ne? Ja, auf jeden Fall. Wird auch wieder dahin gehen. Ja, Bruder, mal gucken. Wir wissen halt jetzt nicht, weil diese Corona-Maßnahmen haben uns auch irgendwie in der Luft gelassen. Bruder, ich muss verlachen wegen dem, halt. Was machst du da? Der Philipp kann auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Wir haben uns hier einen schönen Platz ausgesucht. Wir setzen uns nochmal in die Aufwandbecherstühle. Genau. So nenne ich sie immer. Und dann fangen wir halt mit dem letzten Teil des Interviews an und reden wirklich ein bisschen darüber, was, ja, stell dir ein paar Fragen zu deiner Person, das, was die Fans oder auch Zuhörer dir so an Fragen stellen wollten und beschäftigen uns damit ein bisschen, ja? Okay, können wir machen. Also machen wir das. So, jetzt sind wir nochmal angekommen hier beim letzten Spot. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, dann werde ich dir noch ein paar Fragen vorlesen. Ich fange jetzt mal mit meinen Fragen an, sage ich einfach mal. Und zwar erzähl uns einfach mal eine Lachkick-Story über eine Partynacht. So einfach so deine, eine der Top-Stories, die dir direkt in den Kopf kommt, wo du sagst, ey. Ich weiß halt nicht, Bruder, die sind immer so vollumfangreich. So halblegal oder was? Vollumfangreich immer. Ja, hau raus, wir haben Zeit. Auf jeden Fall waren wir mal in Meckenheim. In Meckenheim gibt es immer nur lustige Stories. Auf jeden Fall waren wir in Meckenheim in so einer Villa und wir haben die ganze Zeit umgechillt gehabt, so die letzten Flaschen getrunken und Meckenheim ist halt voll so abgeschottet, weißt du, so um irgendwie wieder was zu trinken. Wollt gerade sagen, was macht ihr in Meckenheim? Einfach nur, weil es da so Willen gibt und halt schöne Mädchen. Und ja, dann waren wir halt da am Chillen, keine Flaschen mehr, dies und das und voll schon so frustriert, weißt du. Und einer ist dann runter in den Keller gegangen und hat dann so ein ganzes Regal, so Sammlungen. Mit Wein oder was? Sammlungen mit Whisky-Flaschen. Bei einer alten zu Hause, oder? Ja, ja. Und dann, du merkst so, immer einzeln kommen immer Flaschen hoch. Woher kommen die Flaschen her? So, du merkst, hey, es sind wieder Flaschen drauf. Danach einer sagt, komm mit runter und so. Und dann siehst du, Bruder, da sind drei Jungs, Bruder, auch zwei Somalier, ich will keine Namen nennen. Zwei Somalier und noch so ein Araber, die liegen so zu dritt auf einer Sonnenbank. Die hatten sogar Sonnenbank, oder was? Alles, Bruder. Sonnenbank, Sauna, alles, Bruder. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, da wurden wir irgendwann rausgeworfen. Was machen die Somalis auf der Sonnenbank? Ja, Bruder, einfach mal testen. Einfach mal gucken, ne? Ja, auf jeden Fall waren wir dann da, diesmal wurden rausgeworfen und haben dann Fahrräder gesucht. Weil du kommst dann nicht weg, wenn du einmal mitgenommen bist, kommst du nicht weg. Und haben dann so einen Fahrradladen, Bruder, mit so diesen, kennst du diese Gulli-Decke, die so sechs Löcher haben? Also so Rillen, also so Rillen, weißt du welche, ne? Haben wir eben drüber gesprochen, ne? Ja, ja, haben wir dann eingeworfen und so, haben dann Fahrräder mitgelaufen. Ja, 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 so richtige, du musst dir vorstellen, es hatte nur einer ein Fahrrad gefunden. In dem ganzen Weg Richtung Hause, ne? Und das war noch so ein Dicker. Der, natürlich, du kannst nicht sagen, geh mal das Fahrrad zu Hause, der ist sowieso so faul. So, und der hatte das einzige Fahrrad gehabt und dann alle natürlich voll neidisch und so, ey, wie sieht's aus, lass mal fahren. Und dann sehen wir so einen Fahrradladen. Ach, was für ein Zufall dann noch. Ja, ja, dann sehen wir so. Das war so, Teufel hat ihn da hingelegt. Ich schwör's dir, Bruder. Ey, wir sind durchgedreht. Habt ihr dann alle ein Fahrrad genommen? Ein Fahrradladen, guck mal ehrlich. Gabst du schon E-Bikes zu der Zeit? Bruder, da waren diese Fahrräder so mit dieser Federung und Bruder, das war Alufahrräder, so richtig teuer. Und dann seid ihr von Meckenheim bis Medium mit Fahrradladen? Bis mit Fahrradladen, gib ihm, aber das ist auch gut. Und hat geklappt ohne irgendwelche Probleme dann noch. Bruder, es haben uns Leute verfolgt, weil natürlich nicht jeder ein Fahrrad hatte. Da kamen irgendwelche Russen, haben uns gesucht und BMW und so. Bruder, wir haben alles. Aber gibt's viele Storys, weißt du? Auf jeden Fall eine gute Story, können wir gleich vielleicht auch noch mal auf eine eingehen. Die nächste Frage von mir wäre, was bedarf bei dir in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Boah, ich sag dir ehrlich, jetzt aktuell eigentlich nicht mal im Kühlschrank, eigentlich in der Küche, Bruder Maggi. Ich bin so richtig süchtig, Bruder, nach Maggi. Auf Nudeln, auf Pizza. Überall, überall, Bruder. Maggi musst du mittlerweile überall drauf. Da kenne ich noch eine Kandidatin, die auch hier hinter der Kamera steht, auf jeden Fall. Immer Maggi, ne? Ja, Mann. Maggi ist schon echt eine Sucht. Ja, kann ich gar nicht, kann ich nicht, naja, es geht. Auf Nudeln, so kennst du auch Nudeln mit Butter, wenn richtig miese ist. Nudeln mit Butter und Maggi, aber sonst ne. Hier kommt Maggi wirklich überall drauf. Krass. Welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern oder deinen Enkelkindern mit höchster Wahrscheinlichkeit am ehesten erzählen? Was würdest du das Ding sein, wo du sagst? Bruder, du stellst gute Fragen, Alter. Über sowas hast du nicht. Ist immer was anderes. Ich hab drüber nachgedacht. Was für eine Story, ich mein, kids, mal erzählen. Kennst du doch so, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussah, so mein Opa oder ältere Leute, die haben dann so eine Story, die die sehr gerne erzählen, weißt du, die so ihr Leben krass geprägt hat. Was würdest du sagen? Das Ding ist, man würde zu ungern so über Verhaftung und so reden, weißt du? Und ich glaube, es ist immer situationsabhängig. Ich hab viel erlebt, weißt du? So, ich könnte fast über jede Lebenssituation irgendwas erzählen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, Alter. Im besten Fall über unsere Fußballzeit, weißt du, wie wir mit den Jungs gezockt haben, wie eifrig wir waren. Bolzer Zeit mit Eistee von Ja, von Rewe für 50 Cent, diese Zeiten. Genau diese Zeiten so. Ich glaube, ich würde über sowas erzählen auf jeden Fall. Geile Zeiten, die, glaube ich, jeder, der noch unser Jahrgang oder ungefähr unser Jahrgang ist oder hoffentlich miterlebt hat. Die nächste Frage, die ich mir bereitgelegt habe, wenn du drei bekannte Menschen, historische Menschen, bekannte Menschen, irgendwie, egal ob tot oder lebendig, zu einem Essen einladen könntest, um mit den einen Armen so zu reden, welche drei Personen wären das? Also, ich hätte gerne mal mit Mohammed Ali gesessen und gequatscht. Mit dem hätte ich sogar am liebsten in den Knast gesessen. Doppelzelle, der soll mir alles erzählen, weißt du? Ja, ein Mann, der viele erzählt hat. Ja, Mann, der hat viele, der ist ein sehr weiser Mann. Ich hätte gerne mit Tupac, Bruder. Mit Tupac hätte ich mir sogar gedacht, ja. Übertrieben, Bruder. Ich glaube, mit Tupac, das wäre wie jetzt so. Ja, Mann. Mit denen hätte ich auch gerne gequatscht, weil einfach in seiner Zeit sind auch viele Sachen passiert, auch was die schwarze Community betrifft. Auf jeden Fall. Er war ja auch irgendwie aktivistisch unterwegs, einfach durch seine Mom, weißt du? War ja sehr politisch. Und, ja, Mann, da hätte ich auch sehr viele Fragen. Der dritte im Bunde. Der dritte Person. Boah, es gibt echt viele Leute, Bruder, die ich bewundere, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Ich hätte mal gerne Michael Jackson gefragt, Bruder, ob diese Sachen stimmen. Mit Gebindern und was. Ja, Mann, mit Kindern, weißt du? Ich war so sein Fan, Bruder. Ja, kenn ich mich. Aber wo man dann diese Storys gehört hat, irgendwie mal so unterbewusst so ein bisschen Kick bekommen hat. Bei mir war auch, genau das ist das, bei mir war auch so, mein Vater hat viel mir darüber erzählt, weil es war ja nicht jetzt unsere Zeit so. Und mein Vater hat halt viel, der hat daran geglaubt, so ein Stück weit. Und der hat viel darüber erzählt. Und auch für die Schwarzen selber ein Bewusstsein zu schaffen. Und deshalb kann ich gut mit Mohammed Ali sprechen. Ich kann auch gut mit Tupac darüber reden. Weißt du, auf jeden Fall so von der Ideologie und auch von dem hat man so Gemeinsamkeiten, ne? Ja, vielen Dank erstmal dafür. Die nächste Frage von mir. Nenn mir eine Sache von dir, mit der du am meisten die Menschen überraschst. Mit meiner Stimme. Ja, also ist das so eine Sache, dass Leute sagen, boah krass, hätte ich nicht gerecht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil die meisten, die können sich nicht vorstellen, dass meine Stimme auch live so ist, weißt du? Die denken, da ist irgendwas drin, Autotune oder irgendwas. Ja, gerade diese Tiefe, wo du denkst, der hat da vier, fünf Spuren draufgeklatscht. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Meine Mutter, die hat einfach Kampfsgatzen, weißt du? Ja, wenn du dir überlegst, schon mit Baby im Bauch. Und ich glaube, dein Bruder war schon geboren oder so, ne? Ja, ja, mein Bruder, meine Schwester ist schon geboren, wir sind drei Kinder. Und die hat es geschafft, Bruder, uns, weißt du, mit einem Bewusstsein zu erziehen. Und hat das Beste gegeben, Bruder. Meine Mutter, die putzt seit 40 Jahren, weißt du? Einfach nur, dass wir was zu essen auf dem Tisch haben. Sehr starke Frau. Ich kenne natürlich nur von Erzählungen, ne? Aber... Ja, ja. Naja, sehr, sehr stark, Bruder. Und sie hat auch ein sehr, sehr starkes Bewusstsein, weißt du? Sehr, sehr, ich habe sehr viel Respekt, eigentlich meiste Respekt vor meiner Mutter. Korrekt. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, um deine schlimmste Erinnerung zu löschen? Boah, alter. Niemals, ich glaube nicht, nee. Was ist immer noch aktueller Stand der Dinge, die Erinnerungen mit deinem Vater oder... Was würdest du so als schönste Erinnerung dazu zählen? Ich meine jetzt mittlerweile so, wo man die Sachen mehr zu schätzen weiß, gibt es viele schöne Dinge, weißt du, was ich meine? So, ich denke halt, die schlechten Dinge sind halt auch Sachen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Deshalb, ich bereue auch die schlechten Sachen nicht wirklich, weißt du? Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich nehme beides gerne, Bruder. Und du, im Endeffekt hat ja auch diese, gute und negativ, hat dich ja zu dem gemacht, der du bist, ne? Genau, genau. Was ist aktuell dein größtes Laster? So deine größte, ja, größte Schwäche von dir selbst. Da wollte ich auch nochmal drauf kommen, aufs Kiffen, was mich sehr überrascht hatte, weil, du weißt ja noch die Videos, die ich dir geschickt habe, von uns früher am Bahnhof oder am Rhein. So, Sessions, so, da war das ganze Thema, da hat man nie drüber nachgedacht. Ich will, ich weiß nicht, muss man nochmal drauf gucken, ne, Philipp? Naja, aber war geil, ja, wenn du, wenn du dir jetzt darauf guckst, erstmal, um das noch zu erzählen, das war wirklich Sessions am Rhein, ich weiß nicht, auf wie viel Promille lang gegangen, du hast einfach deine 16er gedroppt. Du kanntest nicht mal heute in der Runde, einfach zu denen gegangen, einfach rappen. Ich hab dann gerafft und so, ich hab's geliebt, weißt du, meistens am Rhein, immer auf Dächer, bruder. Ja, jetzt sind die Zeiten vorbei, auf jeden Fall. Aber da war natürlich so ein Thema Kiffen, dass man das jetzt nicht mehr macht, gar kein Ding damals, jetzt kiffst du nicht mehr, was würdest du sonst zu deinen Lastern zählen, so? Bruder, es gibt immer wieder so Sachen, so, zum Beispiel Zigaretten, Alkohol, weißt du, bei mir ist halt, ich trinke entweder viel oder gar nicht, bruder, weißt du, aber so, wenig trinke, kann ich nicht, weißt du, hätten wir jetzt angefangen, hätte ich gesagt, ey, lass später treffe, lass was machen, so, da ist immer so, ich bin immer extrem, weißt du, deshalb so, das ist vielleicht ein Laster, so, ich bin immer extrem, bruder, auch wenn ich jetzt was vorhabe zu machen, dann immer 100%, nicht so, nur ein bisschen, weißt du, genau. Genau, und das ist halt so, in jeder Sache immer extrem sein, muss man nicht, weißt du, das stimmt, das stimmt, ist aber auch dann wirklich der Schritt, denke ich mal, dann zum Reifsein, zum Erwachsensein, dass man auch sowas einsieht, ne? Genau, 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 100%. Jetzt kommen wir, das war es so von meinen Fragen, jetzt kommen wir zu den Fanfragen oder Instagramfragen, ich sage jedes Mal Fanfragen, obwohl ich Instagramfragen einfach sagen will. Ich lese einfach mal ein paar vor, ich picke mir so ein bisschen was raus. Es sind viele, was ich auch schon angesprochen habe, viele Nachrichten gekommen, die gerade in die Musikrichtung gehen, wo gefragt wird, so, was kann man soundtechnisch erwarten, wird es den alten Sugar, was heißt der alte Sugar? Wir fangen an, ich stelle dir einfach mal die erste, ja, auf jeden Fall, das, das gehört dazu. Seit wann machst du Musik, fragt Dante1724, kann man da irgendwie sagen? Dante2174, 1724, Dante, ich mache Musik seit, also, ich würde sagen, vor 2015, ja, so 2015 ungefähr, habe ich richtig so angefangen, ja. Ska One offiziell, auf jeden Fall Bonner Hood Legende, kennst du Ska? Ska One, der hat viel gemacht, also wirklich viel gemacht, der wird auch auf jeden Fall noch eine Folge kommen, richtig so vier Elemente in einer Person, der hat auch mit Iron und so zu tun gehabt, ja, ja. Auf jeden Fall viele Grüße an der Stelle, der fragt, wie ist die ganze Sache mit der Abschiebung am Ende verlaufen? Meine Abschiebung, was viele nicht wissen, ich hatte jetzt vor fünf Tagen Gericht gehabt, auch wegen der Sache und es geht halt einfach um meinen Aufenthaltstitel und mein Problem ist ja, dass ich kein, überhaupt gar keinen Pass habe und in Deutschland brauchst du halt irgendeinen Pass, um irgendwann einen deutschen Pass zu bekommen. Ja, ja, ja. Und da hilft auch keine Geburtsurkunde oder sowas? Oder hast du auch keine Fall? Nein, ich habe eine Geburtsurkunde, die ist auch deutsch natürlich, aber in Deutschland ist das halt, du bist automatisch das, wo deine Eltern herkommen. Okay. Weißt du? So, wenn du jetzt einen Elternteil hast, was deutsch ist und du halt, also in dem Zeitpunkt, wo du geboren bist, dann kannst du auch einen Deutschen beantragen. Ja, ja. Aber bei mir ist das halt, ich habe überhaupt gar keinen, gar keine Geburtsurkunde, ach, gar keinen Pass. Pass. Und deshalb kann man sagen, so wie, ich bin gerade staatenlos unterwegs. Und deine Mutter selber hat auch keinen deutschen Pass? Doch, sie hat einen deutschen Pass. Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, kann man nicht versuchen, über die dann, dass du einen deutschen Pass irgendwie bekommst? Ja, aber das kannst du im Nachhinein nicht machen. Ah, okay. Weil jetzt bin ich alt genug, jetzt muss ich mich registrieren lassen in Angola, um einen angolanischen Pass zu bekommen und dann einen deutschen Pass beantragen zu können. Und das ist jetzt auch der Weg, den du angreifen musst? Genau, genau, genau. Also das heißt, musst du dafür zu einer Ausländerbehörde oder musst du nach Angola selber? Genau, genau. Ich muss zur angolanischen Botschaft erstmal und da halt die Sachen beantragen. Und, ähm, Bruder, das ist ein langer Prozess. Das ist unser Land, ne? Du brauchst ein Dokument für ein Dokument für ein Dokument. Du musst eigentlich, muss ich Leute, die in Angola sind, beauftragen, für mich die Papiere dort fertig zu machen. Krass. Aber so ganz legal funktioniert das auch nicht, weißt du? So, ist sehr kompliziert. Ja, definitiv. Aber was ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, sehr krass fand, war natürlich der Support. Auch wenn vieles nur über soziale Medien geschieht, aber überhaupt, dass sich so viele Menschen eingesetzt haben, fand ich schon geil. Auch diese, ähm, was haben die gemacht? Äh, Petitionen, um Stimmen für dich zu sammeln und allem drum und dran. Ja, ja, ja. Genau, und der zweite Teil der Frage war, wann kommt OTW raus? Das hast du auch schon mal, glaube ich, bei Baked oder so, bei Marvin Game, habt ihr mal ein bisschen angeteasert. Kann man da mittlerweile schon was Neues zu sagen? Bruder, es gibt noch nichts sprichreifes, sagt man so, ne? Sprichreifes. Genau. Deshalb, die sollen sich ein bisschen gedulden noch. Nächste Frage kommt von Colt Mary Jane. Was hat ihn am meisten in seinem Leben geprägt? Auf jeden Fall die Zeit in der Hut, die Knastzeit und die Fluchtzeit. Auf jeden Fall, das sind sehr, sehr prägende Sachen, Bruder. NM Takim fragt Tupac oder Biggie? Eklige Frage, eklige Frage. Bruder, stell eine andere Frage, Bruder, jetzt. Zweite Frage, die da von NM Takim kam, war Lieblingsrapper of all time. Lieblingsrapper of all time. Ich würde 50 sagen, Bruder. Weil 50 hat mich am meisten geprägt mit seiner Musik, vom Lifestyle her. Das war auch eigentlich genau unsere Zeit so, ne? Genau, genau. Tupac haben wir irgendwann so mitbekommen. Aber im Nachhinein dann, wenn man ehrlich ist. Bei 50 war ab dem ersten Video, warst du drinnen. MTV. Du warst dabei. Genau, genau. Und wir waren dabei, Bruder. Wir waren dabei. PuffDaddy29, was hältst du von Genetik? Könntest du dir ein Feature vorstellen? Grüß und weiter so. Um ehrlich zu sein, Genetik, habe ich, ich kenne keinen Song, glaube ich. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir haben ein paar geile Sachen auf jeden Fall gemacht, ja. Ja, muss ich mal abchecken, Bruder. Ich weiß, er ist schon lange am Start und auch sehr gut am Start. Zwei Jungs sind das. Ja? Okay. Deshalb merkst du ja, Bruder. Ich weiß wirklich sehr viel. Ja, es gibt so viele, ne? Call Me Howie fragt, wann kommen Newcomer ins Label? Ist das überhaupt ein Thema? Haben wir eben schon mal drüber gesprochen so. Da sind auch Namen gefallen. Genau, genau. Du weißt, welchen Namen ich meine? Weibliche Person. Ach so, unique, meinst du? Ja. Bruder, lass die Leute munkeln, munkeln, ja? Ja, aber auf jeden Fall, ich habe ja auch ein Label, Bruder, was auch gerade am Start ist. Und da ist auf jeden Fall schon ein Newcomer drin, Lolito. Ja. Ja, Lolito, der kommt ja auch hier aus Bonn-Tambusch, genau. Und da kommt jetzt dieses Jahr sogar noch einiges. Dann fragt Pedro Ferrech, fragt, wo kann man die Beats schicken? Pedro Ferrech, du kannst mir Beats per DM schicken. Dazu schick mir deine, am besten Dropbox-Link. Schick mir das per DMs. Das ist nicht, ich kriege so viele Beats, ich habe aber meine festen Beat-Produzenten. Darunter ist ein Simsala, der killt, Bruder, ein Yum-X-Beats, Bruder, der killt. Das reicht eigentlich, weißt du? Ich bin eigentlich jemand, der mittlerweile lieber selber mit den Produzenten zusammensitzt, anstatt halt so Pakete zu... Ja, auf jeden Fall. Lieber besprechen und auch dann direkt mit der Person noch vielleicht was abändern und so, ne? Genau, genau. Dann, wie wird das neue Kapitel sein? In Anführungsstrichen natürlich, neues Kapitel von Kevin Krampf. Viele Grüße. Tag 1er. Kevin Krampf, ich werde... Wann kommt das Video raus, weißt du das schon? Ich denke, nächste Woche übernimmt. Okay, ich werde nächste Woche, nachdem dein Video rauskommt, werde ich eine Hörprobe raushauen. Ja? Geil. Ja. Vielleicht doch als Real dann. Auf jeden Fall. Geil. Korrekt. Also da wisst ihr Bescheid. Nächste Frage kommt von MattyJM. Wann kommt der Song mit der Line damals? Victory Shoe mit meinem Bruder geteilt. Heute... Ah, okay. Damals Victory Shoe mit meinem Bruder geteilt. Heute Sponsoren-Meetings mit Puma zu zweit. Geil. Ja Bruder, wann kommt der Song? Ich sage euch ehrlich, auf dem Song ist Kontra K drauf. Das ist der Kontra Song. Genau, genau. Geil. Ja. Und mal sehen, wir quatschen gerade, ob wir ein Video dazu machen, wie wir das alles organisieren. Aber das kommt auf jeden Fall. Krass, krass. Da bin ich sehr gespannt. Nächste Frage von MRC5.1. Wie ist das aktuelle Verhältnis zu Flair? Scheiß auf den, Bruder. Scheiß auf Flair. Mehr sei nicht gesagt. Scheiß auf Flair, Bruder. Der nächste fragt... Maxim Glasler fragt... Noch eine Runde Klangfabrik, wenn Corona vorbei ist. Ich glaube, das war Auftritte oder so, ne? Ja, Schade auf jeden Fall, Bruder. Das sind immer unsere Heimspiele, Bruder. Und die sind legendär. Ja, weißt du, selbst der Veranstalter, der liebt es einfach, wenn wir da sind. Und deshalb, Bruder, warum nicht, Mann? Rundfabrik, weißt du, wie lange man da nicht mehr... Ich glaube, ich war einmal, zweimal in meinem Leben da. Stell dir mal vor, Bruder, manchmal kamen wir nicht mal rein, Alter. Jetzt treten wir da auf, weißt du, was ich meine? Ist das dann da in diesem Mittel-Tower, oder was? Genau, genau. Wir machen Fuhl, Bruder. Wir machen Fuhl. Kommt vorbei, wenn wir da sind. Dann schreibt Walli02x, Feature mit Loco Ben, würde alles rasieren. Boah, Loco Ben, sehr stabil, Bruder. Warum nicht, Bruder? In der Zukunft kann man über alles reden. Dann haben wir natürlich auch eine weibliche Zuhörerschaft und Zuschauerschaft. Die fragt, hat er eine Freundin? Fragt Anni All. Boah, ich sag dir ganz ehrlich, Anni All, ich bin in guten Händen, ja? Ja? Sehr guten Händen. Gerade Antwort. Wie würde Sugar Bonn beschreiben, also da, wo er aufgewachsen ist, also Medinghofen? Tolga71 fragt das. Wie würde ich... Wie würdest du Medinghofen beschreiben, Bonn beschreiben? Bruder, als Zuhause, Mann. Als Zuhause, als Schule, Bruder. Weißt du, ich meine, hier habe ich gelernt, sehr viele Dinge gelernt, weißt du? Ja, Mann. Du siehst meine Songs, fast jedes Videos hier, dann standen, ich liebe die Hood, Bruder. Ganz offensichtlich. Hat dich zu dem gemacht, der du bist, ja? Auf jeden Fall. Geiler Name auf jeden Fall, 53OG fragt, was ist die erste Anzeige von Sugar gewesen, wenn er überhaupt mal eine bekommen hat? Ich habe noch nie eine bekommen, Bruder. Nee, ist Quatsch. Erste Anzeige war, glaube ich, räuberische Erpressung. Und danach waren halt die meisten Körperverletzungen und sowas. Aber ich bin nicht stolz drauf, Mann. Das muss man dazu sagen. Sollte man immer dazu sagen, bestimmt. Emo38 fragt, kommt mal was mit Enno? Mit Enno ist überhaupt nichts geplant. Ich glaube, er hat auch gerade seine eigenen Projekte, die er macht. Aber grundsätzlich, ich mag ihn. Sehr, sehr guter Junge. Sehr, sehr guter Mann, Bruder. Sehr stabiler, einfach, Bruder. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Sieg dem Pro Teller, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was meint er mit Verlasse die Stadt wie Montenegro. Grüße aus Bonn. Verlasse die Stadt wie Montenegro. Ist auch hängen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Tricks von Paris. Zeit. Ja, Bruder, Verlasse die Stadt wie Montenegro, Bruder. Kennst du auch, es war damals die Zeiten, wo diese ganze Montenegro und alles da entstanden ist, wo die Kosovo-Kriege hatten, weißt du? Und da sind sehr viele Leute halt geflüchtet, Bruder. Weißt du, sind sehr... Und das hast du so aus deinem Umfeld reingenommen. Genau. Ja, genau. Weißt du, die sind halt geflüchtet aus Montenegro wegen Kriegen und alles. Und so sehe ich halt hier, wie wir uns hier versammelt haben. Hier sind fast nur Geflüchtete. Weißt du, was ich meine? Dann ein Kollege von mir, L.E.G., fragt, Vapormax oder TNs? Bruder, TNs, ich bin gerade, ehrlich gesagt, ich sehe die überall, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, auf jeden Fall TNs, würde ich sagen, Bruder. Ja? Ja. Ja, ich sag dir ehrlich, bei Vapormax, die sehen so gemütlich aus. Du gehst da rein, hast du mal welche getragen? Nee, hab sie nicht. Sind die nicht, Bruder. Du gehst da drauf, wie als würdest du auf fünf Holzstücken unter deinen Schuhen gehen. Ich höre es nicht. Ah, je, je. Ohne Scheiß. Nee, auf jeden Fall dann TNs, Bruder. TNs sind geil, ja, Mann. Das war's mit den Fragen. Ich hab jetzt noch zu guter Letzt einen Musti170, der anscheinend ein sehr großer Fan von dir ist, der sich, glaube ich, sehr freuen würde, wenn du... Kann ich den Tief verzocken, ne? Nein, 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 gar nichts. Gar nichts in der Richtung. Der fragt einfach nur, ob du ihn mal grüßen kannst, weil er dich wirklich mit großen Tönen... Wie heißt der denn, der Havu? Musti170. Musti170. Ich küsse dein Herz, mein Schatz. Komm vorbei in die Hood. Im Sommer werden wir hier schön grillen. Wir werden ein paar Videos machen. Komm vorbei. Support auf jeden Fall die Jungs von auf einen Becher, auf einen Tee. Ja, Mann, korrekt. Auf entspannt. Du weißt, Liebe ist da von ganzem Herzen. Ich bin immer gleich, auch wenn ich dich sehe, Bruder, auch wenn du da bist. Wir sind zusammen. Bis dann. Geile Ansage. Wir haben ja natürlich, ich weiß nicht, ob du es mitbeverfolgt hast, am Ende des Formats immer noch drei Abschlussfragen. Für den Künstler, was heißt Fragen, Halbsätze, die du vollenden musst. Der erste Halbsatz ist, Musik bedeutet für mich. Freiheit, Bruder. Musik bedeutet für mich Möglichkeiten schaffen, Perspektive, das Leben, Bruder. Ich lasse die mal unkommentiert, ich versuche es. Bonn ist? Meine Stadt. Meine Liebe, Bruder. Meine Zuflucht. Und zu guter Letzt, in 20 Jahren sehe ich mich. Alter, 20 Jahre, Bruder. In 20 Jahren sehe ich mich. Also wenn du nach Berlin fährst, dann hätte jeder Berliner dir gesagt, ich will eine Großfamilie irgendwann mal haben. Und das alles. Also ich mich selber, Bruder, ich glaube, ich werde immer in Bonn bleiben, erst mal. Aber ich sehe meine Familie auf jeden Fall woanders, weißt du? Die wegholen, ja? Genau, ich sehe meine Familie woanders, Bruder, in 20 Jahren. So. Alles klar, Statement. Und damit haben wir das Ding. Zu guter Letzt jetzt noch einmal die Worte. Wir haben uns noch überlegt, ein Gewinnspiel zu machen. Wir haben einmal ein T-Shirt. Okay. Ja? Zum Verlosen. Genau. Wir haben auf jeden Fall ein stabiles T-Shirt, MFK-T-Shirt. Ja, Mann. Könnt ihr auf jeden Fall... Ich mache einen Post und... Welche Größe sollen wir geben? Du hast frei zur Auswahl, wa? Ja. Ja, dann machen wir, gucken wir, was der Gewinner hat, für eine Größe hat. Und dann machen wir dementsprechend von einem Gewinner die Größe, packen wir rein. Dafür alles auf Instagram abchecken. Das heißt, wenn das Video draußen ist, wir machen jetzt auch noch ein paar Fotos. Machen. Machen eine Autogrammkarte von dir handsigniert. Mit dem T-Shirt zusammen. Das ganze Ding wird dann halt als Beitrag bei Instagram gepostet. Da seht ihr dann die Bedingungen. Und bis wann das ganze Ding geht, die Verlosung, etc. Ansonsten sei nur gesagt, ich vergesse es immer, abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich wirklich über jeden, der hier nochmal einfach das Ding pusht und was da lässt. Checkt seine Sachen ab. Vielen lieben Dank nochmal, dass du auch hier warst. Dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für mich genommen hast, für die Jungs. Und checkt den Jungen ab. Es gibt nicht viele, sag ich mal, die die Hood, die 5-3, die Bonn, die für seine Stadt einstehen und die Leute da pushen. Deswegen vielen Dank an dich. Bonn hält zusammen. Und ich gebe dir nochmal das Mikrofon, Bruder. Ihr seht, wir machen es vor. Bonn hält zusammen. Bonn hält zusammen sowieso. Wir machen es vor. Der junge Mann, der macht was. Ich mache was. Deshalb, wenn ihr was macht, tut euch zusammen. Unterstützt eure Leute. Und wie gesagt, ganz viel Liebe. Unterstützt ihn auf jeden Fall bei seinem Weg. Und wir werden uns hoffentlich nochmal sehen, Bruder. Vielleicht, wenn nochmal andere Sachen passiert sind. Und bis dahin auf jeden Fall ganz viel Liebe.